Meine Damen und Herren, Sie sind dabei. Es ist wieder Zeit für die Zwei. Es ist Sonntag, 21.02 Uhr. Guten Abend, Herr Fleischhauer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, Sie begrüßen zu dürfen zu dieser Folge. Achso, da kam jetzt noch was. Nee, heiß. Es ist heiß, ja. Sieht gerade nach Gewitter aus bei uns. Echt, ja? Bei uns sieht nach gar nichts aus. Ja, ich hätte auch, also gestern Abend, was Herr Schroffel hat erzählt oder hat ein Bild gezeigt, dass in der Region unfassbares Unwetter war. Ja, ja, das habe ich gesehen. Krass. Aber hier ist, also, die Pflanzen brauchen noch Wasser. Jetzt macht doch mal was fertig. So ungefähr. Hatte die überhaupt Regen die letzten Tage? Ja, nicht. Überhaupt gar nichts. Also locker schon eine Woche. Locker. Nicht, nicht gut. Das brennt ordentlich runter, ja. Ich habe, war das gestern? Gestern nicht frei. Ja, gestern, genau. Habe ich schön, bin fast auf dem Vakon eingeschlummert. Es wäre fast zu spät gewesen, weil ich habe gemerkt, dass selbst so eine halbe Stunde, Stunde hat die Sonneneinwirkung gereicht. Oh ja, die Sonne ist burning. You're out. Ja, definitiv. Und heute Morgen habe ich gesehen, dass ich die ganze Zeit auf dem Liegestuhl gelegen habe, dass ich vorne gut gefärbt bin, aber so in der Hüfte gucke ich so rum und denke, da ist immer noch ein bisschen fahl, weil du halt drauf liegst. Ja, ja. Sollen wir ja eigentlich nicht machen. Ist ja gar nicht gut für die Haut, aber... Sonntag, heißt das jetzt allgemein, oder? Ja, so in die pralle Sonne, das ist immer so. Aber ich habe das schon irgendwie, keine Ahnung, schon immer kein Problem mitgehabt. Also, dass ich mal richtig Sonnenbrand kriege, dass es wehtut, ist eigentlich so gut wie selten. Klar, wenn man jetzt so käsig ist, wie man jetzt aus diesen kalten Tagen rauskommt, dann schon eher, aber ja, also nie Probleme mit. Das ist ja bei mir auch dann echt wieder so eine halbe Stunde, Stunde maximal. Die habe ich auch noch nie Probleme mit gehabt. Also... Mein Hauttyp ist entsprechend gut. Ja, ja. Also gut im Sinne von, ja, kann das ab. Ja. Was ist für ein schwarzer Flecker? Schade, schau mal, was müssen wir da? Also, das ist überhaupt nicht... Darauf mach keinen Spaß mit sowas. Nicht, nicht. Nicht lustig. Nicht lustig. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ja, ich bin tierisch müde. Ich bin nämlich heute irgendwie durch... Ich habe heute gestreamt, sogar mit Kamera, mit dem Sonntagsstream. Was ich da vorhin nicht gemacht habe. Wenn du nie die Kamera an hast. Nee, die letzte Mal hatte ich es ja dann aus, unter der Woche jetzt, wo es so heiß war, die Tage. Ja. Weil es mir einfach viel zu warm war und ich jetzt nicht zusätzlich noch Licht anhaben will und Dings. Und außerdem kannst du dich dann hier in den Shorts hinhocken und weißt du, das ist schon ganz gut. Und hast einen Ventilator an, dann geht es eigentlich. Ja, also in den Shorts hinhocken und zwinker, zwinker. Du meinst hier dein komisches Lackhöschen, ne? Ich habe diesen Lenden, also Jesus ist ja ein Begriff, ne? Ja, ja. Jesus ist mir ein Begriff. So ein Läppchen vorne einfach nur. So ein Läppchen, also du bist so ein Typ Ahorn. Ahornblatt, genau, ja. Finde ich gut, ja, finde ich gut. Einer muss es ja machen. Ja, ja. Ja, nee, war schon schwierig, ja. Also die Woche war, es war, also gestern war es richtig krass, weil kaum geschlafen. Jetzt wegen der Hitze, oder? Ja, 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 Hitze, Hitze. Und dann natürlich sowieso, ich schlafe ja eh nicht lange in letzter Zeit, also. Hast ja den Tweet gelesen, glaube ich, Freitag war es. Ja. Frühst vor der Arbeit, ich könnte ja um, ich könnte theoretisch, also ich muss um 10, kurz vor 10 anfangen zu arbeiten. Ich könnte, keine Ahnung, locker bis halb neun oder von mir so viertel vor neun, äh, viertel vor zehn könnte ich da ausschlafen. Ja. Und war dann schon um, boah, wieder 20 vor sieben oder so wach. Aber, aber sonst war es wie in der Hitze eigentlich, dass ich mich ständig rumgedreht habe und dann ist dieser Moment, wo ich so mich aufs Bett gelegt habe und habe den Ventilator so ganz leicht angemacht und habe gefühlt, also wie jetzt käme ich gerade aus dem Backofen, weißt du, so, so. So, du, ich so heiß und, ja. Und dann auch die Nacht ist ja nicht gerade super, wenn man dann so schwitzt, weißt du, so gerade Kopfkissen nass und denkst und du denkst, das kann nicht sein. Ganz schlimm eigentlich, ja. Was willst du da machen, also was willst du hinlegen, ja. Das kannst du ganz geil machen, ja. Also du kannst ja entweder kein Kissen, das ist auch kacke für den Kopf irgendwie, für mich zumindest, also ganz ohne Kissen schlafen ist auch nicht meins. Und ansonsten schwitzt du da in dir einen Ast, äh, äh. Naja. Und, äh, Samstag habe ich eigentlich nur dahinvegetiert, also, weißt du, so ein bisschen Sonnen gebadet, in Ruhe was gegessen. Ja, viel mehr kannst du aber mal nicht machen. Dann haben wir die Sonnenrolle runtergelassen und dann haben wir eigentlich nur noch abgegammelt den Tag. Also es war wirklich so, wie die, wie die Kater, die so, weißt du, im Flur sich möglichst platt hinlegen, wo du denkst, hm, lebt der Kater noch? Ja, ja, genau. So habe ich jetzt auch festgestellt, dass die Katze sowas macht. Ja. Wo du dann echt so denkst, oh, warte mal. Ah, doch. Ich habe auch mit dem Fuß so, dunk, dunk, Schwanz bewegt sich, alles klar. Denk noch. Denk noch. Also der Kater hat uns am Samstag um 4.30 Uhr, hat er hier durch, wir haben ja gerade, ich fange mal vorne an, um unser Haus ist ja gerade, äh, wie nennst du, die Gerüst. Ja. Mehrere Etagen bis oben aufs Dach sozusagen. Also könnte es theoretisch außen nach ganz oben laufen. So. Schon mal cool, Katze kann das leider auch. Jetzt halbwegs in der, äh, von Freitag zu Samstag bei Jack sozusagen im Zimmer in der Nacht das Fenster aufgemacht, um ein bisschen kühle Luft drin zu drücken. Mhm. Die Katze nützt es natürlich schamlos aus und miaut um, um 4.30 Uhr vor seiner Tür, vor seinem Fenster. Miau, miau. Das Fenster ist nicht offen. Das Fenster ist offen, natürlich. Das ist nicht so offen, dass er rein kann. Ach so, okay. Äh, wegen Licht, sondern einfach nur wegen Luft. Mhm. Und, äh, oh, dann hat er uns um 4.30 Uhr wachgemacht und rat mal, wer nicht nochmal eingeschlafen ist. Naja. Boah, der könnte ich kotzen, oder wirklich? Naja, das war. Naja, gut, das Katzenproblem ist er wieder ständig. Also, der, der, der Isi ist so, dass der, ich hab an meinem Nachttisch hängt so das Kabel vom Radiowecker runter. Ja. So ein, so ein Antennenkabel, wo du besser anfängst, ist halt so ein Radiowecker, so ein ganz klassischer. Ja. Und dann fängt der an und angelt sich den und beißt da drin rum und der beißt halt abzuhauen die Stromleitung und das weiß ich. Also, er beißt nicht richtig rein, aber er spielt dann da rum und ich hab halt immer Schiss, dass er reinbeißt. Somit wirst du so halb wach, merkst, Katar spielt da rum und dann bist du immer so, nee, nicht da, ich kann aber auch nicht aufstehen, weil mein Körper ist noch verliebt. Ja, ich kann mich jetzt nicht gegen dich werden oder eigentlich auch. Genau, und der, also der hat ja schon seine Methoden und macht dann halt da Terror und dann bist du halt irgendwann, ja, und dann bin ich halt meistens früh wach. Oh Mann, ey. So ist es halt. Das ist doch scheiße. Ja, vor allem wenn du in der Hartmüde bist, also vor allen Dingen, wenn ich so am Wochenende irgendwie um, keine Ahnung, zwei, drei Uhr ins Bett gehe und dann macht er dann morgens um sechs Uhr wieder Terror in seiner gewohnten Zeit, das ist halt echt. Obwohl, dann war es acht Uhr, glaube ich, am Samstag. Ja, also da waren es dann ein paar Stunden mehr. Auf der anderen Seite, ich habe viel mehr vom Tag, also was ist denn, so sechs Stunden schlafen? Ja, komm mir doch nicht, wenn so komische alte Leute ausreden. Ja, ist schon so, weil, ja, ist schon so, weil man sonst, liegt man dann rum und dann schläfst du bis zum zehn oder elf und dann ist halt wieder der halbe Tag zu Ende. Das ist mir schon sehr lange nicht passiert. Du hast ja auch ganz andere Aufgaben. Ja, nee, ist ja alles gut, alles gut, ja, ja. Ich meine, du machst ja um Fälle auf elf Uhr Feierabend, um wahrscheinlich spätestens um zwölf im Bett zu sein oder so, weißt du, also. Ja, ja, 100 Prozent, ja. Ja, weißt du, das ist ja auch so ein Ding, nee. Ja, das hattest du mir ja letztens schon. Hast du gefragt, wie ich das mache? Ja, 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 klar. Wie machst du das nur? Ah, ja. Ich habe keine Wahl, das ist, glaube ich, der Punkt. Ja, gut, ab einem gewissen Punkt lernst du halt, dass es halt kacke ist, wenn du es anders machst, weißt du, also das ist ja dann auch. Ja, genau. Und ich bin halt echt unausstehlich, wenn ich zu müde bin und das ist ja. Ja, das nehmen wir, ja. Das ist ja, da muss ich auch sagen, dass ich mittlerweile dann sage, okay, komm, vergiss es. Mittwoch zum Beispiel hatte ich überhaupt keinen Bock, irgendwas zu machen, deswegen habe ich auch einen Stream sausen lassen, weil ich mir nur dachte so, abgefuckter Tag, weißt du, mit viel und her. Macht keinen Sinn dann. Macht der, bringt ja überhaupt nichts, also. Nee. Das ist ja. Ich habe heute einen neuen Skill entdeckt, den ich habe. Oder nee, ich wusste, ich habe ihn. Ja. Aber er hat sich heute nochmal verfestigt. Mhm. Und zwar kann ich richtig gut Fliegengitter anbauen. Mit Reißverschuss und, weißt du, so und abschneiden und so. Da bin ich richtig gut drin. Okay, cool. Das ist, ich habe mich schon überlegt, meinst du, so eine Firma würde bestehen? Fliegengitter und Co. Fleischhammer Incorporation? Fleischgitter. Fleischgitter, oh. Ja. Oh, Fleischgitter. Aus Natur. Brauchst du noch eine Service-Dame, die Gitter heißt? Fleisch und Gitter. Nicht so wechseln mit der Fleischgitter. Ja, ja, die Fleischgitter. Hallo, mein Name ist Gitter und Sie kaufen hier Fleisch. Im Hessischen ist ja die Gitter die Gitarre. Ach so, die Gitter. Mhm. Er sagt mir nichts. Ja. Gott, was scheiß labern 2000. Wir haben 10 nach 11, 10 nach 9. Ja, das wird, so wird der Podcast werden. Also wer jetzt darauf keinen Bock hat, der soll am besten die Reißversiegel ziehen. Pech. Pech. Einfach Pech. Einfach. Ja, ja. Ich hatte Glück Anfang der Woche. Wir haben noch am Sonntagspodcast, haben wir noch drüber gesprochen, über die Xbox. Ich hab sie sehen, ja. Und Montag hatte Axonkel, hatte getwittert, ey, bei Otto grad verfügbar. Und schwuppdiwupp war sie am, wann kam die? Donnerstag oder wann? Ist das preislich das Gleiche? Ja, ja, regulärer Verkaufspreis, ja. Also mehr würde ich auch nicht zahlen. Also so wichtig ist mir jetzt auch nicht. Wir sind hier nicht bei Grafikkarten. Ja. Ja, auch die hab ich ja jetzt so regulär bezahlt, ja. Ne, ne, würde ich auch nicht. Stimmt, hast du ja auch. War ein ganz regulärer Preis. Du lager. Ja. Ne, ne, war ein ganz regulärer Preis. Der hat getwittert, ich bin auf Otto und Otto hat es ja total problemlos. Da hast du ja auf Rechnung, weißt du, das ist ja, glaube ich, das einzige Laden, wo ich irgendwie was auf Rechnung kaufe. Ähm, war super, war unverbindlich. Echt gut. Wie kam dann? Ich meine, das war Donnerstag kam die. Oder kam die jetzt Freitag? Ne, Donnerstag. Warum eigentlich gehen wir in den Playstation 5? Also warum? Weil man sie nicht kriegt. Jetzt nur wegen der Verfügbarkeit oder? Ja. Ja. Nur wegen der Verfügbarkeit, okay. Ja, 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 ganz eindeutig. Also ich, man muss schon sagen, ich wollte es ja eigentlich so für diese, also diesen Metier mit Streaming und Twitch, weißt du, also sag mal, als Arbeitsmittel absetzen oder so weißt, aber es ist, da fängt es schon mit an, dass die Dings nicht Mehrwertsteuer ausweist bei Otto. Ne? Wieso das? Keine Ahnung, warum? Weiß ich nicht. Man muss wahrscheinlich fragen oder so, oder ich bin so doof, dass sie sehen im Ding. Im 21. Jahrhundert, das ist doch eigentlich gang und gäbe. Da kriegst du aber im Döner die Mehrwertsteuer. Ja, das stimmt, ja. Muss man in Bono ausstecken. Vielleicht habe ich auch nicht richtig geguckt. Ne, ich habe, also, ich habe jetzt die Xbox wegen diesem, was ich letztes Mal erzählte, mit diesem Game Pass gemacht, weil da halt der Mehrwert auch ist, dass ich es halt für den PC nutzen kann, die Spiele, die da sind, weißt du, wo ich nicht irgendwie beim Entwickler nerven muss, ob man ein Key rausrückt, habe ich halt da so die Möglichkeit, ein paar Spiele zu zocken, die ich nicht so unbedingt als Video oder als Stream machen würde, aber so für mich zocke und halt diesen Mehrwert mit der Konsole und die Konsole halt parallel und ich habe gemerkt, an diesem Freitagmorgen, ich habe fast zwei Stunden Zeit oder anderthalb Stunden Zeit in Ruhe für mich am großen Bildschirm zu zocken, das ist immer eine ganz andere Nummer. Das ist wirklich, das ist viel besser und es hat richtig Laune gemacht, so gechillt auf der Couch, Spiele auszuprobieren und dann mal irgendwas durchzuprobieren und so weiter. Aber ich habe so ein paar Sachen, habe ich jetzt schon ausprobiert, also der Game Pass ist ja voll, da kannst du ja, ist der ein Titel, der interessant ist nach dem anderen. Ich habe, was habe ich gespielt? Genau, ich habe ja, genau, ich kann auf dem Handy gucken. Auf jeden Fall habe ich ein paar runtergeladen und das wird alles synchronisiert mit der App. Da rappelt dann auch das Handy, wenn du irgendeine Errungenschaft hast und Xbox übertreibt es mal hart mit Errungenschaften. Also wer da affin ist, irgendwelche Spiele irgendwie sich Errungenschaften, also das gibt es ja bei Steam auch und dann ist der eine oder andere, ist dann irgendwie interessiert da irgendwie was zu erreichen. Ja, dann habe ich diverse Spiele ausprobiert, also da wirklich, angefangen hat es mit UFC, also MMA Fight. Das gibt es leider nur auf dem Konsolen, gibt es nicht auf dem PC und das macht mir ganz Laune. Dann habe ich mir Fight Night runtergeladen, das ist so ein Boxspiel. Das kenne ich glaube ich, da ist eine Grafik relativ gut und so. Ja, finde ich auch, also da steht noch Xbox 360 und das finde ich aber echt gut, also mit so Story und animierten Charakteren und habe ich noch nicht richtig weit reingespielt, ich habe nur mal das Intro gespielt, so ein bisschen geboxt und mir hat es Spaß gemacht, hat gut vermittelt und so die Punches und so weiter und ich mag so ein bisschen so Kampfspiel, habe ich früher auch gerne gespielt, so Tekken und so immer auf der Konsole. Ja, dann habe ich gespielt, der Tetris Effect, das gibt es ja auf dem PC auch, gab es im Epic Store schon relativ lange her und da gibt es eine spezielle, da gibt es eine spezielle Xbox-Version, Connected heißt das, was das ist, weiß nicht, ob es irgendwie einen Multiplayer gibt oder sowas. Ja, alles im Xbox Game Pass. Dann habe ich Super Lucky Tales gespielt, ne, wer ist das? New Super Lucky Tale, das ist so mit so einem Fuchs, das ist praktisch so ein Charakter wie Mario oder wie Rayman, weißt du das? Ja, Tales ist doch der, Tales nicht, äh, ist der? Ne, der heißt auch Tale, also Lucky heißt der Fuchs und das ist der Tale, Super Lucky Tale. Es ist wie so ein 3D-Mario, weißt du, wie ein Mario vom N64 oder wie ein, jetzt auch die moderneren Marios, also in 3D, man hüpft rum, man sammelt Münzen oder sind es da Münzen? Keine Ahnung, sammelt es auf jeden Fall irgendwas ein, dann findest du so den Schriftzug Lucky, musst du L-U-C-K-Y finden, das ist in der Welt versteckt, dann durch eine Röhre, ich find's echt gut, mir hat's Spaß gemacht, die Frau sagte ein bisschen kindlich oder so, aber ich fand's echt, ich fand's super, ich fand's jetzt adäquat zum und so zocken. Dann hab ich gespielt Kato, das gibt's auch für den PC, mit C geschrieben, C-A-R-T-O, so ein Indie-Titel, wo man mit einem kleinen Mädchen eine Welt erkundet und diese Welt ist aus Karten aufgebaut und diese Karten kannst du neu arrangieren. Dadurch baust du praktisch deine Welt neu zusammen, weißt du, also die einzelnen Teile kannst du drehen und verschieben, also in 2D und dadurch kannst du dann halt praktisch sagen, oh die Küste schiebe ich jetzt nach links, also als nur das Beispiel, du triffst einen Mann, der steht da rum, ja ich hab ein Haus, das ist westlich von der Farm und ich war grad bei so einer Farm und du gehst halt auf diesen, ich nenne es mal Map-Editor und schiebst halt die Karte, wo er drauf steht, nach links zu der Farm hin und baust halt die Welt wieder neu zusammen. Ja und wenn du dann dorthin läufst, ist er halt zu Hause, da steht sein Haus, seine Frau ist grad beim Wäscher aufhängen und dann sagt sie, hey cool, dass du meinen Mann nach Hause gebracht hast, der ist so vergesslich, der wird die Nase vergessen, wenn sie nicht im Gesicht festgewachsen wäre und so, weißt du, so ganz harmlos und Dings gemacht, aber ich fand die Idee so cool, dass man in diesem Welt, in der man rumläuft, dass man die halt aus Karten baute. Ja, das war cool, Need for Speed Heat habe ich, also es muss glaube ich eines der letzten Need for Speed Teile gewesen sein, mit Tuning und grafisch geil, grafisch super, spielerisch auch okay, ich weiß nicht, irgendwie fand ich das Fahrmodell der Fahrzeuge nicht so geil, aber ist vielleicht auch einfach Übungssache, aber dieses Drumherum, diese ganzen Miami-Obercoolen irgendwas Spritzer, da weißt du, diese, diese, weißt du, so, ein Charakter, also du musstet dir dann am Anfang, kannst du zwischen irgendwie, ich glaube vier Männern, vier Weibern auswählen, Männern, Weibern, Entschuldigung, das war natürlich völlig falsch formuliert, männlichen oder weiblichen Charakteren kannst du dir auswählen oder vielleicht sind es fünf, fünf oder so, gibt es halt verschiedene und einer sieht chaotischer aus als der andere, ist also alle einen, noch so ein, so ein unsympathischer Typ, so weißt du, mit der Sonnenbrille und diesen Neon-Klamotten, irgendwelche Basketball-Schuhe und weiß ich nicht, alles, also wirklich keiner dabei, ging es wirklich so, ich habe dann irgendwie zweimal neu gestartet, weil ich dachte so, ja, den kannst du jetzt auch nicht nehmen, weißt du, so diesen, diesen aus dem College-Film, der unsympathische, weißt du, die Sportskanone, dann irgendeiner mit Armen volltätowiert, Kappe falschrum und so ein charmantes Lächeln, also auch irgendwie so ein schmieriger Typ und dann dieser Typ und dann, nee, ach, ich weiß nicht, das war irgendwie schwierig, ich habe mich dann für Pest und Cholera, irgendwie so ein Mix entschieden, wenn ich da auswähle. Selber machen ist es nicht gewesen, nee? Nee, kann man nicht erstellen, man hat fertige Charaktere, die dann auftauchen, tauchen in Videosequenzen, ja, mit irgendwie Polizeidings und du bist gegen die Polizei, weil die dich drangsaliert, weil du illegale Straßenrennen veranstaltest, weißt du, und irgendwie, keine Ahnung, vielleicht habe ich einen Stock im Arsch mittlerweile, aber, ey, du machst ein illegales Straßenrennen und du bekämpfst doch nicht die böse Polizei, weil die böse ist, weißt du, äh, egal. Ja, ist so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, irgendwie falsche Seite des Rechts, irgendwie. Ja, die, schon krass, weißt du, da, so eine Introsequenz schiebt der den einen von der Straße und will dann noch die Brücke runterwerfen, so nach dem Motto, weil sie alle die Polizei ärgern mit ihren Autorennen und, ähm, auf die heute, also aufs Realistische gemünzt, natürlich eine völlige Schwachsinnensaktion durch die Stadt, völlige, mit voller Möhre zu ballern, weil du kannst ja irgendwie Leute umbringen. Ja, genau, das ist ja, man sieht es ja in den Nachrichten, weißt du, so diese. Aber weil die Polizei aggressiv reagiert, reagiere ich auch aggressiv, so, das ist irgendwie, keine Ahnung, klar ist nur ein Spiel, aber, aber irgendwie hat mich nur genervt. Ich wollte dann so, ey, mach den, mach diesen komisches Intro weg, ich will Autofahren, weißt du, das ist ein Autorennspiel. Ich meine, man braucht auch in so einem Spiel gar nicht die Polizei als Gegner, also, weißt du, ich meine, in Need for Speed Underground 1 war das, gab's, glaube ich, nicht mal Polizei, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, du bist da von Rennen zu Rennen gefahren in der Nacht, konntest dein Auto ein bisschen tuning und so, das war das Spiel für, weißt du, so musste das sein. Ich bin eh kein Story-Spieler und ich finde, bei so Autorennen kannst du mir ein Rennen nach dem anderen einfach vorgeben, da brauche ich nicht irgendeine Story dazwischen, also, das finde ich auch, und dann schon gar nicht so, aber ich bin noch nicht zurückgekommen. Dieses Open World-Ding in Underground war schon geil. Ja, das ist auch so. Ja, ja. Das ist halt auch so bunt, aber das ist halt auch wie, mir fällt halt auf, auch bei diesem Battlefield, wenn du den neuen Trailer anguckst, ist ja auch alles sehr lichtintensiv, weißt du, die ganzen, also sehr futuristisch oder sehr näher und so ein bisschen das Ganze. Ach so, die Städte. Hm, das ist nicht so meins. Das merke ich halt, bei dem Heat ist es halt noch richtig übertrieben, dann ist aber halt auch diese ganze Fast and Furious Attitüde, weißt du, die mir, glaube ich, so ein bisschen auf den Sack geht. Die geht sowieso auf den Sack. Ja. Also, ich verstehe auch ja nicht, ich meine, die Leute gucken, gehen doch rein in die Filme, aber jeder Film ist schwachsinniger als der Nächste und so. Also, weißt du, wenn du schon siehst, wir müssen wieder einen drauflegen, kommen wir doch mit U-Boden in der Arktis. Äh, 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 was? Ja, ja, in den Trailern immer die, die, die abgefahrensten Action-Szenen so zeigen, ach, ich weiß nicht. Äh, egal. Äh, muss doch alles nicht sein, irgendwie. Nö, ich denke halt, dass man auch... Also, so ein Rennspiel, wisst du, so ein Tuning-Rennspiel, meine ich jetzt nur mal kurz zum Abschluss, funktioniert ohne Polizei, also natürlich kann die Polizei kommen und dich in der Nacht festnehmen und so was, macht doch Sinn. Aber doch nicht als Gegner, sondern als, als Mechanik, weil du, weil du, weil du nicht gut querst, weil du unklimmer bist oder so was. Ja, aber nicht dem noch irgendeine Seele geben, finde ich irgendwie doof. Ja, genau, genau. Weil der ganze, ganze Plot, der ganze Plot ist ja schon Schwachsinn im Endeffekt und ja. Und brauchst du nicht noch das irgendwie noch erklären. Ja, dann bau doch lieber einen. Weißt du, so a la, äh, Hamlet? War das Hamlet? Wo, wo er aus dem gegnerischen Lager in sie aus dem anderen gegnerischen Lager verliebt? Romeo und Julia, meinst du? Oh, oh mein Gott, Hamlet. Romeo und Julia. Das ist doch, das ist doch von mir aus. 18 Millionen mal kopiert, reicht doch. Ja, wie gesagt, ich bin nicht das Publikum, wahrscheinlich hat es gezogen, ich war, keine Ahnung, es ist halt so, ach, keine Ahnung, wurscht, ist auch nicht so schlimm, es ging ja einfach nur um es auszuprobieren und wenn man mal guckt. Habe ich so Hellblade ausprobiert, sieht auch unheimlich krass aus. Hellblade ist mit dieser weiblichen Hauptdarstellung, die so kommen wird. Ja, ich kenne das, das hat's bei Queenie gesehen, die hat das gespielt. Das ist ziemlich psycho und so ein Kram, es geht auch irgendwie um geil, ähm, steht am Anfang, ist da eine Warnung, dass es um, äh, keine Ahnung, Warnvorstellungen geht oder irgendwie, also, es ist unheimlich trippig. Ich habe noch nicht weit reingespielt, aber allein der Anfang hört es irgendwie stimmen, ja, sie geht nicht, ja, sie geht nicht, ja, und dann, weißt du, so, so, so Dinger und dann bin ich schon so, oh, was ist denn das für ein schräger Scheiß, also guter Scheiß, gut schräg. Ja, ich soll, soll sehr, also Hellblade soll sehr, sehr gut sein. Ja, das hat mich einfach interessiert, ich weiß nicht, wann ich dazu komme, aber ich habe mal reingezockt und ich bin immer wieder fasziniert, wie gut das aussieht, auch auf diesen großen, also, weißt du, auf dem großen Fernseher. Ähm, das ist schon faszinierend, was da rauskommt. Dragon Quest Builder 2, weiß ich nicht, hat mir damals auf dem PC, habe ich eine Demo gespielt, fand ich ganz gut, aber das kostet irgendwie 60 Euro, wenn du das kaufst, auch jetzt noch, und da gab es auch noch nie irgendwie im Sale, aber dazu ist mir dann doch ein bisschen zu, weiß ich nicht. 60 Ocken. Ja, ist viel Geld. Dann Stream Ride, da war ich damals total neidisch, weil das auf der Xbox, glaube ich, exklusiv kam, das ist von diesem, äh, nicht Theme Park, Rollercoaster Tycoon und so, ne, oder, weiß das Tycoon, nicht, dass ich verwechsel, also, dieser Park Manager und auch und solche Sachen, ähm, von Frontier ist das. Hä? Und, ähm, da ist, Frontier haben noch Dings hier, ne, Landwirtschaftssimulator, oder nicht? Ähm, nee, Frontier ist, ähm, ja. Ach, warte, jetzt muss ich nachgucken, ich muss mal kurz gucken, ich meine, es sind auch die, die, ähm, Elite gemacht haben. Ja, stimmt, ja, ja, sind sie, hm. Ne? Also meine ich. Ähm, Frontier Developments, genau, ähm, die ganze Einstellung, ja, jetzt sehe ich es gerade nicht. Auf jeden Fall, das Scream Ride ist praktisch ein, ähm, ein, äh, eine Achterbahn-Simulation, wenn du so willst, irgendwie, du musst Teile bauen und, und, äh, kannst dann irgendwie, musst besonders schnell über diese Achterbahn fahren und wenn du halt so schnell bist, kippt halt der Wagen raus, weißt du, also hat gewisse, äh, Gravitationskräfte und es geht halt ums selber bauen und besonders abgefahrene, ähm, ähm, Level zu spielen. Ja. Ähm, ähm, ja, aber so zurückblickend muss ich sagen, wenn man mal sieht, was alles da verfügbar ist und ich habe ja nur einen Teil ausprobiert, der mich wirklich interessiert hat, hat es sich jetzt schon gelohnt, dass, ähm... Wie viel kostet es nochmal, machen wir nochmal, hauen wir nochmal nackte Zahlen rein, was kostet der Game Pass? Ähm, regulär 60, ach nee, warte mal, ich habe es, ich habe es ja anders gemacht, ich glaube drei Monate 40 Euro, nochmal kann das sein, 12,99 Monat. Ja, genau, 40 Euro. Da ist Online-Spielen mit drin? Ja, ist alles, was, was geht, also für Konsole und PC, ähm... Nee, du musst ja bei, leider bei Xbox und bei Playstation mittlerweile muss man ja, äh, um Multiplayer überhaupt zu spielen, musst du ja das kaufen. Ich glaube, äh, nee, das ist nur bei der Playstation so, meine ich. Nee, nee, nee. Doch, dass du Online spielen kannst? Xbox hat so ja damit angefangen. Achso, stimmt, das hieß ja Xbox Live Gold, genau. Genau, richtig. Genau. Also da, genau, und das ist praktisch wie das Gleiche, also ich habe es ja so gemacht, ich habe, ähm, Guthaben für Xbox Live Gold besorgt und wenn man jetzt aktuell diesen Xbox Game Pass Ultimate auswählt, dann wertet der sozusagen die, ähm, die, äh, Zeit, die du schon im Voraus bezahlt hast, auf, auf diese nächste Stufe, äh, also der macht praktisches Xbox Live Gold, äh, Zeit, wandelt er um in, in Ultimate, sozusagen. Und dann, dann waren es, also für mich waren es jetzt, äh, 60 Euro pro Monat. Pro Monat? Pro Monat? Ja. Nee. Pro Jahr. Äh, pro Jahr, Entschuldigung, pro Monat. 60 Euro pro Monat, meine selbstverständlichkeit. Okay, jetzt ist er wohl abgehoben, gar kein Problem. Gar kein Problem, 60 Euro im Jahr. Nee, ja, 60 Euro im Jahr, also 5 Euro pro Monat. Ja, das ist echt, okay, das ist echt in Ordnung dafür, dass man dann auch, äh, viele Spiele, äh, auch Triple A mäßig bekommt, ne? Genau, du hast eine große Auswahl und das sind jetzt nicht nur irgendwie so, ähm, so die Spiele, die du bei, bei Amazon, äh, Prime da. Die über den Euro-Pyramiden stehen? Oder, ja, naja, es gibt ja viele, die sind ein bisschen älter, weißt du, sondern es sind halt teilweise auch wirklich die Neuerscheinungen, also die dann vom Tag 1 an, zum Beispiel dieses, ähm. Gibt's, meinst du so Exklusivspiele, ob die dann auch im Game Pass mit drin sind? Ich werde jetzt gerade kennt ein, weil ich, doch, Forza, Horizon oder Forza. Ja, die sind mit drin, ja, genau. Die sind alle mit drin, solche Sachen, oder, ähm, das ist auch das neue Back 4 Blood ist drin, ähm, dann, äh, EA Play, also von Electronic Arts die Reihe, da kannst du FIFA 21 und was die halt alles so gerade aktuell haben, die ganzen Battlefield-Teile kannst du alle spielen. Da ist alles mit drin, also, ist schon, das ist auch jetzt keine Werbung oder sowas, einfach nur, da dachte ich so, krass, also, wenn du wirklich, nicht wie ich, der, oder als, also, wie wir als, als Streamer oder YouTuber die meisten Spiele ja auch so bekommt, ähm, finde ich, ist das auf jeden Fall eine kostengünstige Entscheidung, weißt du, also. Ja, ich meine, guck mal, du hast es ja schon mal, äh, gerade gesagt, weil, welches Spiel war es? Wenn du sowieso Forza kaufen wirst, dann ist das doch schon gegessenes Ding für ein Jahr. Ja, genau, richtig, ja, ja, ganz genau. Wenn du einen guten Titel oder vielleicht auch zwei gute Titel, äh, dich interessiert, es ist halt nicht, es ist nicht diese Bandbreite, die, die, also, du hast ja nicht jedes Spiel da drin, ne, es ist halt meistens die Spiele, die so handverlesen sind, aber ich finde, also, jetzt aktuell, dann kommt das neue Forza 5, kann das sein, ich glaube, der fünfte Teil kommt raus, dann bringen sie ja nächstes Jahr, wobei es Ende nächsten Jahres erst, bringen sie ja diese neue, äh, von Bethesda, also, praktisch die, wie Skyrim, sagen wir mal, nur die, halt im Weltraum, ne, so eine Saga im Weltraum, ähm, ähm, das heißt, egal, am 11.11.22 kommt's raus. Ähm, es hat praktisch so ein episches Ding, und wahrscheinlich groß, also, wenn man Skyrim und sich den ganzen Kram anguckt, ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches an die, an die eingefleischten Fans, aber, da sind das oft sehr umfangreiche Spiele, weißt du, mit vielen Stunden, große Welt, die erzählt wird, und so ein Ding wollen sie ja rausbringen, ähm, praktisch im Weltraum, mit Besiedeln, irgendwas, um was es genauso geht, weiß ich nicht, aber, ja, das ist mit drin, dann das neue Forza, sieht halt aus, da haben sie auf der Pressekonferenz Bilder gezeigt, auch wenn's spielerisch, wenn's spielerisch wichtiger ist, aber, wenn du's anguckst, denkst du, das ist doch ein Foto von der Landschaft. Das ist halt irgendwie, äh, echt, ne? Ja, also, wir kommen langsam so dahin, dass es echt aussieht. Das ist schon übel. Bin ich, also, ist ja oft so, dass das auch CGI in Filmen oft unnatürlich wirkt, weil irgendwas nicht stimmt, oder Bewegung, oder, ne, aber, da muss ich schon sagen, als ich das gesehen hab, da ist echt so Realität und das ist schon hart verschwommen, also, nicht so krass wie diese Geschichte, was ich mal erzählte mit dem, oder hab ich das erzählt hier im Podcast, mit diesem, wo die Daten, also, wo die, wo die Referenzdaten aus der realen Umgebung nehmen, ja, und dann per KI drüber codieren können in ein Spiel, dass praktisch, äh, GTA 5, irgendeine Fahrt durch diese Blocks. Das hab ich mir angeschaut, und dann gibt's, äh, eins, das kann das relativ gut, ja, hat aber immer noch so, so Kniffe, sag ich jetzt mal, ne, wo du, wo du genau siehst, ah, da hatte noch was. Genau, ne, man muss halt dazu sagen. Aber dafür, dass es halt Echtzeit gerendert ist, ist schon krass gut. Ne, das ist nicht Echtzeit, das ist, glaub ich, nur gerendert. Ist das Echtzeit? Ja, ja, das haben die Echtzeit, das ist Echtzeit, hm. Ah, ich dachte, das wäre gerendert. Und deswegen, daher kommt ja der, ja, daher kommt dieses, also wenn, also diese Fehler, die noch drin sind, ne, die würden natürlich nicht drin sein, wenn die, wenn die nicht Echtzeit. Ich dachte, das wäre Berechnung, das wäre eine Filmsechnung. Ne, ne, das passiert on the fly, das hat, das hat, ja, schon, die Nummer ist schon hart. Ja, ja, krass. Ist ja cool, dann kannst du demnächst, kaufst du solche Brillen und läufst durchs Leben und machst dir die Welt, wie sie sich gefällt. Und die Welt ist schön, ne? Ja, ja. Genau. Dann so, oh, bitte mal hier das Theme von, von Karibikfeeling 2000 mit einblenden. Bei den Temperaturen draußen, die, gefühlt stimmt's. Gefühlt, ja, genau. Dann stellst du den Ventilator vor dir auf und dann vor dir das Meer, so wisst du, und dann ein bisschen Salz noch, Salzwasser über die, äh, Ventilatorblätter, Rotoren. Und dann kommt eine nette Bedienung, ne, oder? Ja. Und bietet dir was an. Die haut dir dann auf den Nacken und sagt, mach mal jetzt die Fenstersauer, du Spass. Hat er jetzt nicht gesagt, das war ein Zitat? Also. Das ist ein Zitat. Na, selbstverständlich. Was soll das sein? Das ist aus dem Film, kennt ihr ja. Das ist aus dem Film. So. Ich kann auch das erste Leben zitieren, oder? Das echte Leben kann ich auch Zitat zitieren, ja. Also, was ich sagen muss noch abschließend zu dem, zu diesem Xbox-Thema, äh, natürlich unnötig, weil ich die Zeit nicht habe, das wirklich richtig zu nutzen, weißt du? Aber, ähm, ich nehm's jetzt mal als Arbeitsmittel und für mich halt als, als, als Möglichkeit, Gechill zu spielen. Und was ich faszinierend finde, es ist erstmal ein drummendes Ding, ne, also es ist mindestens mal so 30 Zentimeter hoch. Ja. Und Kantenlänge von, weiß ich nicht, 15. Also, geschätzt. Ja. Ähm, und das Ding ist flüsterleise. Oh, okay. Hast du, hast du kein, äh, nix, gar nichts, nein? Du hast nichts, nein, kein Lüfter. Oha. Also, das ist wirklich, äh, flüsterleise, auch wenn es im Betrieb war. Es kommt oben an Luft raus, ja, ja. Ah ja, 27,5 Zentimeter hoch und Kantenlänge von 15. Ja. Das ist voll klein. 13 Meter hoch und Kantenlänge von 15 für eine Konsole. Gefühlt? Also, cool. War die plötzlich zwei nicht im Monster dagegen? Ne, nicht von den Maßen. Auch nicht vom Gewicht. Es fühlt sich an wie ein, wie ein, wie ein, wie ein kleiner Rechner. So ist es ja am 12. Okay. Also auch. Aber durch dieses Kaminprinzip unten einziehen oder an der Seite noch zusätzlich einziehen, nach oben wegpusten, ist das Ding unhörbar. Wirklich. Stand hier, äh, ich hab's ja eingerichtet. Ja. Ich hatte ja Spätdienst die Woche, das hab ich von nebendran hier auf dem Rechner aufgebaut, hab an meinem inaktiven Zweitmonitor, der Drittmonitor, den hier, also ich hab ja meinen Laptop und einen Hauptbildschirm und den hatte ich noch frei, hab ich das Ding reingang und eingerichtet und dachte so, ist ja der Wahnsinn. Also, wenn du das vergleichst, was du für einen Stress hast mit dem PC, also nimm mal Podcastaufnahme raus, äh, weißt du, problemlos nutzen von Discord, äh, in die Titel zocken und modden, weißt du, sowas ist natürlich, das hast du natürlich nicht, wenn du auf so ne Konsole gehst. Ja, klar. Aber wenn ich das Preis-Leistungs-Verhältnis sehe und du musst ja nicht diese X, äh, die Series S kaufen, du kannst ja auch die, äh, Series X, sondern du kannst ja auch die Series S kaufen, das ist ja praktisch die, ähm, Einsteiger-Variante und die geht auch bis 1440, so viel wie dein Monitor auflöst, weißt du? Und die kost, äh, die Hälfte, nicht mal. Oder? Doch. Ja, doch, die Hälfte ungefähr. Und die geht halt auf eine geringe Auge. Was ist denn der Unterschied? Nur die Festplatte, oder? Äh, die Festplatte, also die, ja genau, die Festplatten, der Typ, glaube ich, also, ja, ich meine, die Festplatte, das ist ja irgendwie Gen, wie ein ganz moderner PC in der großen. Das lädt schneller als mein Rechner, ja, das ist echt, also die Ladezeiten, pfff, unfassbar schnell. Nicht bei jedem Spiel, das muss optimiert sein anscheinend, also, weißt du, die müssen irgendwie so liegen, dass es gut nachladbar ist. Ähm, aber, aber so insgesamt muss ich schon sagen, schneller als mein Rechner. Und mein Rechner ist jetzt kein unmoderner, also, schon beeindruckend. Also, für das Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn du jetzt wirklich nur daddeln willst, ja, niemals PC kaufen. Also, klar, es gibt manche Titel, die gibt es nur am PC, gerade, wenn du im Indie-Bereich irgendwie unterwegs bist. Aber, aber so für diese, diese, wenn du so ein durchschnittlicher Spieler bist, weißt du, dein Familienvater, der am Wochenende mal frei hat zu zocken, weißt du, was ich meine? Dann brauchst du keinen Komplettrechner und musst dich noch rumärgern, weil du irgendwie ein Treiber nicht kompatibel war, sondern reinlegen und wohlfühlen, ne? Also, das gilt ja für die Xbox wie für den Playstation, gehe ich mal davon aus, aber ich finde jetzt in Verbindung mit diesem Mietkonzept. Ja, ist schon cool. Mietkonzept? Hast du gerade Mietkonzept gesagt? Ja, mit dem Mieten, weil du mietest ja im Endeffekt die Spiele mit diesem Pest, die können ja nicht dir. Ach so, okay, verstehe. Ach, die gehören dir nicht. Ah, okay. Nee, bei der Playstation ist es so, dass, wenn du diesen Online-Service da mit den Zusätzen hast, da gibt es ja so mal ein Spiel kostenlos im Monat. Ja, ja. Und das gehört dir ja auch danach, selbst wenn der ausläuft, der Pass. Aber andersrum. Muss nicht besitzen. Nee, man besitzt ja auch mittlerweile nicht mehr, sozusagen, in dem Sinne, ne? Nee, ich finde, wenn du jetzt nicht, wenn du jetzt bei einer Konsole rechnest, was es da für Spiele gibt, dann sind es ja oft auch, das sind ja nicht die Indie-Titel, die noch tausendmal verbessert werden, da sind auch Indie-Titel dabei, aber die suchen sich halt Dinge raus, die sind halt fertig, weißt du? Also, das ist zwar ein Indie-Studio, aber Indie-Preise, aber halt nicht dieses, diese Bastelbude, die du oft am PC erlebst. Also, so richtig, weißt du, noch hart in der Entwicklung. Ja, ja, ja. Ich finde das Konzept schon echt gut, es lädt schnell runter, ähm, also, ich finde es einfach, mich hat es überzeugt, keine Ahnung warum, vielleicht werde ich alt und deswegen, nee. Aber ich könnte trotzdem nicht auf den PC verzichten, weil du halt ganz andere Titel noch dazwischen hast, oder andere Sachen machst, weißt du? Nee, nee, für uns passt ja noch ganz gut der PC. Ja, muss, muss, auf jeden Fall. Muss. Muss. Naja, ich bin froh, dass es geklappt hat, so schnell, weil die Siener sind ja echt vergriffen, das ist ja im Moment eine Katastrophe mit der Elektronik. Übel, ne? Was man will, ob es jetzt die Grafikkarte ist, auf die man hinfiebert. Echt schade. Und ich finde, keiner hat das Geld, da irgendwie horrende überzubezahlen, ja. Also bei der Xbox teilweise um die 100 Euro mehr, nur dass es jemand schon irgendwo mal bestellen konnte. Das ist ein bisschen eine hohe Vermittlungsprovision, weißt du? Ja. Ja. Aber cool, ich hab mich voll gefreut und hab diesen Morgen genossen mal wieder. Es war so richtig so dieses Aufstehen und Bock haben, die Konsole anzumachen, das hatte ich schon Jahre nicht mehr. Wirklich. Das ist aber so. Das ist nicht dieses, wie wenn man als Jugendlicher oder jemand, der angefangen hat zu zocken, sich auf so ein Spiel gefreut hat, wo man dann morgens unbedingt weiterspielen will. Das war ja zum Glück Wochenende dann, aber das hatte ich schon ewig nicht mehr. War gut. Geil. Ja. So wie Weihnachten, weißt du, wo du am nächsten Tag morgens gleich deine Geschenke ausprobieren willst. Ja. Ja. Verstehe. Also das war schon, das Konzept war cool, weil großer Bildschirmsound, das einzige, genau, genau, großer Manko, finde ich, du kannst nicht einfach irgendeinen Bluetooth-Kopfhörer koppeln. Nee? Nee. Du kannst nur, du könntest jetzt einen Bluetooth-Empfänger, einen USB stecken, weißt du, oder sowas, also ein fertiges Schnurrlose-Headset, was halt einen USB-Anschluss hat, oder das kannst du anschließen, aber du kannst jetzt nicht irgendwie ins Menü gehen und sagen, koppel mal bitte hier das Bluetooth-Gerät, also die Kopfhörer. Das ging bei der PlayStation, ging das zumindest, also bei der PlayStation 4 ging das, auch wenn es in die Frist auch nicht alles, also. Aber auf jeden Fall, das finde ich irgendwie traurig, weil da denke ich halt, das ist eine Hightech-Konsole, die auch ordentlich Geld kostet und ich finde, dass da so was wie ein Bluetooth-Chip fehlt. Die haben halt ihr eigenes Konzept mit diesem, also wie die Controller verbunden sind, das ist ja, ich glaube, auf WLAN-Basis oder so, keine Ahnung. Also auf jeden Fall zuverlässiger auch, was die Entfernung angeht, weißt du? Und latenzfreier irgendwie. Also, wie du am PC die Schnurrlose-Controller koppelst. Aber PlayStation 3 durfte man noch, äh, durfte man noch, äh, einfach irgendwas an Bluetooth-Kopfhörern ranmachen. Sogar mit Sprachunterstützung war das. Ja, auf der anderen Seite hast du in jedem Controller einen Klinkenanschluss, weißt du? Und ich hab mir dann einfach ein paar In-Ears mit Klinke, die ich noch hatte, in die Ohren gedrückt und hab den an den Controller angeschlossen. Das ist schon gut. Und das wird halt auch, äh, recht überbrechungsfrei übertragen. Ja. Weil es halt eine andere, also Bluetooth ist zwar auch besser geworden und hat höhere Reichweiten, aber es ist halt immer noch unterbricht leicht und finde ich gut. Es ist eine Alternative, aber unverständlich, dass man dem, dass man das nicht so frei gibt, weil irgendwie, ich weiß nicht, also heutzutage einen Schnurrlose-Kopfhörer anzuschließen, das ist ja jetzt nichts Besonderes oder irgendwie Hightech. Das finde ich so ein bisschen Mäh. Ja. Aber ich muss ja auch nicht, ich muss ja zum Glück auch nicht so Werbung für Xbox machen. Und da darf ich auch sagen, was scheiße ist. Jawohl. Nee, ist unverständlich. Und, oh, Name umbenennen vom, weißt du, vom Na? Wie ist das der? GameAttack bei Xbox. Ja. Boah, da habe ich es mir auch wieder gegeben. Das klingt richtig. Das ist so verlorene Zeit meines Lebens. So, weißt du, ich, ich hatte irgendwie, mein, mein Hinschutz ist halt weg, wie auf den meisten Plattformen, weißt du, wo man irgendwie keine, keine Aufmerksamkeit aufgegeben hat. Und ich hatte irgendwie, mich umbenannt von Hinschutz Zock damals in Hinschutz ohne Umlaute, also Hinschutz, so, weißt du, so kurz. Und, ähm, dann bieten die es ja an, dass hinten dran in den Namen so ein, so eine Raute kommt, weißt du, so wie bei, äh, wo ist es denn, Discord oder bei, bei, ähm, Battle.net oder so, weißt du, also bei Blizzard, Launcher oder so. Und ich bin davon ausgegangen, wenn ich mich umbenenne, habe ich zwar die Nummer hinten dran, aber genauso wie in der Freundesliste ist es natürlich auch im Spiel ausgeblendet. Da spielst du halt gegen einen Hirnsturz, aber wenn du den Namen melden willst oder so, hat er eine eindeutige ID, weißt du? Ja. Ja, nee, am Arsch wird durchs Spiel eingeblendet. Aber so richtig schön schließt hin die Raute-Nummer. Also kannst du froh sein, wenn es ein bisschen leicht dünner geschrieben ist, aber du siehst immer diese Nummer hinten dran. Ist doch super hässlich, warum machen wir das? Ja, ja, also kann ich auch. Und dann, dann kommt es jetzt noch, da sollst du 10 Euro bezahlen, wenn du dich umbenennen willst. Einmal ist es umsonst, also einmal ist es so, naja, hast du nicht gewusst, weißt du? Und das zweite Mal umbenennen ist, ist kostenpflichtig. Es geht nicht darum, dass die sich da eine gesunde Nase drin stoßen wollen, laut deren Aussage, sondern darum, dass ich Leute nicht wild umbenennen, weißt du? Aber da hätte ich halt gesagt, macht es auch wie bei allen anderen Diensten auch. Also das konnte ich nicht verstehen. Und ich habe mich halt umbenannt, sehe das, sofort einen Spruch eingelegt, gesagt, nee, sorry Leute, warte mal, ich wollte das, ich wollte es ja nicht für schlimm bessern, weißt du? Ich wollte nicht noch die Zahnkolonne dranhängen, so. Und dann haben die das. Gehen die dann darauf ein? Ja, pass auf, dann habe ich einen Refund-Antrag gemacht, sofort, irgendwie ein paar Stunden später war das Geld wieder da. Guck drauf, bin aber nicht umbenannt. Ich dachte, na gut, dauert vielleicht so ein bisschen. Äh, nee. Mhm. Haben sie es vergessen, oder? Nee, keine Ahnung, ich habe dann halt gedacht, es dauert ein bisschen, irgendwelche Cash-Einstellungen, die wird sich nicht sofort aktualisieren. Ja, am nächsten Tag nochmal geguckt, immer noch nicht, dann hatte ich nicht so viel Zeit, am, wann war das am Freitag und wann habe ich dann? Ähm, habe ich mich, äh, auf dem Zweitmonitor in den Xbox-Chat, also mit dem Support gechattet, weißt du? Und konnte es so ganz gut parallel machen. Ja, die Endform-Lösung war, ich habe mich nochmal umbenannt und habe dann Refund beantragt. Also laut Anweisung von diesem Support. Aha. Weil die konnten es irgendwie nicht sehen oder nicht umbenennen und eigentlich müsste es ja anders heißen, das hätte ja gar nicht so sein müssen und, ja, ihr Name ist bestimmt schon vergeben worden. Nee, ich könnte mich umbenennen oder dann muss ich nochmal 10 Euro in die Tüte legen. Das will ich nicht. Ich wollte ja eigentlich nur wieder das, was ich am Anfang hatte, weißt du so, da bin ich ja nicht bereit, Geld für zu zahlen, dass ich auf dem Stand Null bin. Ja. Ach ja. Egal, das ist, äh, in Form-Lead, ich habe es dann noch geschafft, noch bestimmt noch 40 Minuten in diesem Support-Chat. Und es hat alles funktioniert und Geld ist wieder da und alles ist cool und im Endeffekt ist der Name ja auch unwichtig, aber. Das sind so Dinge, die brauche ich nicht, weißt du? Also, wenn ich es nicht habe. Ja, ich finde das so ein bisschen lame, dass man dafür bezahlen muss. Weißt du, von mir aus, dann, ähm, wenn jetzt, die wollen wahrscheinlich... Macht diese Nummer hinten dran und macht es anständig. Fertig. Dann zeigt sie nicht, weiß ich nicht. Wie jeder es hinbekommt. Oder man kann sich alle drei Wochen umbenennen oder sowas, wa? Warum soll ich da zehn Euro bezahlen? Zehn Euro. Das ist halt so wahrscheinlich, um, um, ne, ne, eine Grenze zu, zu fordern oder zu machen. Die wollten ja mit, dass die Leute sich nicht wieder umbenennen, aber ich finde, wie du schon sagst, das hätte einfach, brauchen wir noch so ein cool, ein Timor, wie sag mal? Ein Timor, ja. Bei Twitch auch so einen umbenennen, so einen Cooldown, dass du halt in, ja, genau. Von mir aus drei Monaten nicht erst wieder umbenennen kannst, aber doch nicht grundlegend Geld dafür, das macht ja keinen Sinn. 10 Euro ist auch so eine Zahl, aber ich denke, ey, sag mal. 10 Euro ist schon so. Aber das ist ja nicht der erste, ne? Wo waren das noch? Es gibt, ja, für Schämtheit gibt es immer. Du rennst ja ständig in diese Probleme rein. Ich ja nie, irgendwie. Ja gut, das ist aber auch der innere Monk, der dann einfach den Namen greifen will und solche Sachen, was total unwichtig wäre, aber. Du bist ja einfällig für so. Maximal unwichtige Dinge, wo ich mich eigentlich gar nicht mit auseinandersetzen möchte, weißt du, also. Egal. Egal. Ansonsten war ja, war ja die Woche, war ja immer noch Steam Festival. Das hat auch viel, da waren viele Spiele gekommen. Ich hab Slash seinen Beitrag dazu gesehen, wo er sagt, ähm, sicherlich eine coole Sache, aber für viele Entwickler ist das auch irgendwie keine gute Sache, ihr halbfertiges, äh, verpacktes Spiel da so als Demo zu präsentieren, kann gefährlich sein, ne? Bin ich absolut dabei, ähm. Du, absolut richtig, weil die viele Spiele sind einfach nicht fertig oder sind, äh, so, dass es keine gute Werbung nach meinem Geschmack ist, aber das haben ganz viele. Also mir hat auch einen so ein Entwickler wegen so einem City-Builder angeschrieben und das war dann so ein bisschen wie Banished oder wie, ähm, wie hieß das? Life is Feudal Forest Village, also so ein Städteaufbau und so weiter. Ja. Und dann hast du Bewohner, die halt mehr werden, umso mehr Häuser du baust, so ganz einfaches Spielprinzip. Dann laufen die Figuren durch die Häuser durch. Hm. Also die Häuser sind fertig gebaut, also nicht irgendwie Blueprint oder so, sondern die laufen halt, die Häuser stehen fertig und die Häuser sind aber kein Objekt. Ja. Und das ist für mich so ein No-Go, so wie, 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 wie Töne nicht im Spiel fehlen dürfen auch, aber, ja. Und dann schreibe ich an und sage, ja, sorry, aber bei einer, äh, Erfahrung ist das keine gute Werbung. Ja, es wären noch Entwicklungen, noch Dings. Also ich wollte dann auch sagen, ja, aber dann macht auch nicht. Dann macht, dann gibt es keine Demo. Das bringt doch jetzt nicht, äh, die Leute jetzt, das ist doch kontraproduktiv ohne Ende. Absolut, absolut. Denke ich irgendwie. Also ich verstehe ja manchmal Entwickler nicht, äh, was ist da, was, was, was spielt da die Rolle, jetzt das Spiel so schlecht, in Anführungsstichen, äh, der Öffentlichkeit zu präsentieren und zu hoffen, dass die Leute sagen, ja, geil, let's, let's go. Ich meine, du machst das ja auch, um, um Geld zu verdienen. Das ist ja, darf man ja nicht vergessen. Ich glaube, Entwickler aus der Indie-Szene sind teilweise wie Spiele aus der Indie-Szene, die verzeihen viel oder haben, oder glauben, dass viel verziehen wird, weißt du? Aber sie unterschätzen denen die breite Masse. Genau. Und die breite Masse ist halt ein Arsch, weißt du? gerade was Rezensionen oder Wertungen geht. Weil du keinen Controller-Support hast. Genau. Und, 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 oder keine deutsche Übersetzung oder solche Sachen, oder nicht auseinander, aber, das ist noch vielleicht ein bisschen fies, aber, also sowas, für sowas wird halt kein, also, wer darf, äh, ist es richtig, so kann ich es machen oder so kann ich es, aber ich sag dann so, ich muss darüber kein Video machen, weil ich meine, dass das in diesem Zustand kein schönes Ding ist, weißt du so. Naja, und du willst ja, du machst es ja auch nicht, weil du, also du keine Lust hast oder weil gerade irgendwie ein Pups quer hängt, sondern weil du denkst, ich würde dem eher schaden. Ja, ganz klar, weil ich kann das ja nicht ignorieren, also, genau, und nur, weil du, weil du halt bei der Wahrheit bleibst, so, oder weil du das ansprichst, was Fasse ist, so. Ja, Kollision mit Gebäuden sind für mich keine Ausrede, also dann, dann bring es halt nicht, ich meine, du machst ja, dann warte halt, dann bring es doch weiter raus, mach doch später eine Demo und sag, hey, wir sind einer von denen, wir haben noch ein bisschen gefeilt oder hier haben wir noch ein bisschen für die Hungrigen, die jetzt, die Demos fehlen, weil die Zeit vorbei ist, wir haben mal unsere Demo rausgebracht, also es ist ja kein, es ist ja kein saisonales Ding, eine Demo rauszubringen und ich glaube auch, dass es teilweise besser wäre, wenn du halt nicht in diesem, in diesem Boost an, wie viele sind das jetzt, 300 oder 700 Demos, ja. Du schwimmst ja mit der, mit, mit einer riesigen Masse mit, denke ich mal auch, ne, an, an, an Demos. Definitiv, also jetzt, gerade jetzt, da geht es doch eher runter. Also ich habe, habe bei mehreren Streams reingeguckt, ich habe bei Andi da freingeguckt, bei Raublingen und wer alles jetzt zum Wochenende dort, so Indie-Tours gemacht hat, oder der Kiekste und die ganzen, die haben alle so Indie-Titel durchprobiert und dann war, bei den meisten, wo ich am Anfang zumindest dabei war, hieß es dann, ob wir die heute alle schaffen, weißt du so, und dann denke ich mir halt, ist doch schade. Das geht jetzt noch bis zum 22., also noch bis Dienstag. Ähm, weiß ich nicht. Ja. Aber Deathstrash ist jetzt auch in Deutsch, wo ich letztes Mal drüber erzählt habe, weißt du, diese abgefahrene Cyberpunk-Geschichte, die gibt es jetzt komplett in Deutsch, haben sie noch nachgepatcht, fand ich gut. Habe ich bei Andi dann gesehen, war total überrascht, dass es auf einmal in Deutsch drin ist. Und, ich habe gespielt, äh, Road 96, das fand ich faszinierend. Das ist so ein, Road Trip Spiel, wo man, so ein bisschen, so wie so ein Tarantino-Film oder so, also ein ziemlich abgedrehte Story meist, so ein bisschen, also, du, am Anfang kommt eine Stimme, die sagt, was magst du, warum guckst du Filme, also dann hast du fünf verschiedene Antworten, also irgendwie, ich mag mich gruseln, ich mag der Realität in Berlin, ich mag zum Nachdenken angeregt werden, weißt du, ich mag lachen oder solche Sachen. Ja. Und dann noch eine zweite Frage und, ähm, daraus bastelt der halt dann einen Ablauf einer Story, die du erleben kannst. Und es geht darum, du spielst einer von verschiedenen jugendlichen Charakteren auch, das ist immer so ein bisschen verschoben und, äh, es geht darum, dass du in einem Staat lebst, wo die Regierung alles überwacht und es gibt zwei Kandidaten, so den Guten, den Bösen, weißt du, und du willst aber eher flüchten als Jugendliche aus diesem Land und, äh, die Staatsorgane und sowas versuchen sich halt zurückzuhalten und du lebst praktisch so einen Road Trip, wo du verschiedene Leute kennenlernst und so Dialoge und, hab ich total gekriegt, das Spiel, so eine abgefahrene Story. Meine Demo musste mal im Motorrad flüchten und hat dann auf ein, ähm, das waren zwei Bankräuber, die total abgefahren angezogen waren auf ihrem Motorrad und du saßt im Beiwagen und hast so Ego-Perspektive erlebt. Dann kommt die Polizei und du versuchst den Polizeiwagen abzuhalten, indem du das Geld, was sie geklaut haben, die beiden Bankräuber, auf die Polizei, auf die Windschutzscheibe wirst. Und wenn du genügend draufgewerft, heißt dann, okay, it's time to get rich, dann haut der Bulle halt in die Eisen und, dann nimmt halt lieber das Geld anstatt das Auto zu fangen. Okay. Ich fand's total witzig, also total humoristisch und teilweise auch tiefgründig und ich fand's irgendwie eine coole Dynamik. Ich hab's dann zweimal gespielt, das ist eigentlich darauf beschränkt, dass man's nur einmal spielen kann und ich hab dann irgendwo das Savegame gefunden, hab's gekillt und nochmal gespielt. Da merkt man schon, dass es schon sehr ähnlich ist, die beiden Abläufe, aber auch wieder unterschiedlich, weißt du? Also, man irgendwie in einer Situation es schafft, in rechtlicher Zeit die Menge an Geld aufs Auto zu werfen oder oder halt nicht und im Endeffekt geht's dann gleich aus. Ach, total abgefahren, also wenn du da mal Zeit findest und wenn du mal für dich reinspielst, es geht nicht so lange. Irgendwie ist komplett in Deutsch mit englischen Texten, also mit englischer Sprachausgabe und alles in Deutsch. Kann ich empfehlen. Road 96. Kannst du die Spiele, über die wir sprechen, hier ins Protokoll einfügen? Ja, klar. Kann ich machen. Ich glaub, die, nur damit der Zuschauer, Zuhörer weiß, Road 96, weiß, was er vielleicht auf dem Zettel haben müsste oder wenn ich, wie lange geht denn das noch? Bis zum 22. Das ist ja nicht schlecht. Dienstag. Also ich glaub, Dienstag ist dann schon vorbei abends. Morgen kannst du es noch spielen. Es gibt diverse Spiele. Also Road 96 hab ich jetzt mal reingenommen. Fand ich ganz abgefahren. Hat so ein bisschen was, da gab's doch schon mal so ein Spiel. Was wie so eine Story. Last of, nee, Last of was nicht. Wie heißt das andere? Ein bisschen mehr girly, Soap-Opera. Aber das war irgendwie so ein bisschen abgefahrener, fand ich. Golf Club Wasteland hab ich gespielt. Gibt's ein Video, bei mir auf dem Kanal. Erde zerstört, also komplett zerstört. Die Menschen sind auf dem Mars geflüchtet und die Superreichen können sich ein Shuttle mieten, um auf die Erde zurückzukommen und zu golfen. Okay. Total geiler Soundtrack. Auch übrigens bei dem Road 96 ein richtig geiler Soundtrack dabei. Du kannst so im Spiel, das Spiel in den 80ern, kannst du so Kassetten finden, weißt du? Und das ist dann praktisch so, die nimmst du dann mit aus jeder Runde, die du da durchspielst. Ah, okay. Dann hast du so ein paar Tapes, die kannst du auch im Spiel dann einlegen in Autoradio oder so ein Kram. Ja. Das war ziemlich cool und ähm, Terranil hab ich noch gespielt. War auch sehr zu empfehlen, aber leider sehr kurz. Also da war man, war man relativ schnell durch. Das ist mir so ein ganz klassisches Strategiespiel. Man muss praktisch eine trockene Welt begrünen. das gab's schon Anfang 2020 gab's das schon auf H.I.O. Ähm, kann ich auch sehr empfehlen. Also, aber das ist, da muss man halt so auf so ein bisschen Dorfromantik und so weiter auch stehen. Ich fand's gut. Gott, was haben wir jetzt gemacht? Ich hab's kaputt gemacht. So, jetzt. Ja. Terranil. Also es gibt diverse Spiele, das war jetzt nur ein Beispiel, es gibt, aus allen Kategorien gibt's derzeit, jeder buhlt darum, gespielt zu werden und gesehen zu werden. Und, ähm, ja. Hast du denn was, was dir, was dich interessiert? Oder? Nee, ich bin da komplett raus aus der Nummer. Also ich hab weder Ahnung, was da jetzt gerade ist und ohne Slash würde ich's gerne überhaupt nicht mal wissen. Also, ähm, ich hab da auch nix, auf was ich warte oder so gerade. Außer jetzt Battlefield. Äh, Battlefield 6. Aber ansonsten, ähm, nee. Ich hab, ich warte da immer auf dich. Es ist wirklich so. Klingt komisch, aber meine Nutzniezung aus dir, äh, sind nicht nur die Games, die ich von dir kriege, sondern die, die du mir empfiehlst. Okay. Also, ich hab sehr viele Spiele, die mir gefallen, aber wo ich genau weiß, dass es nicht dein, dein Schema ist. Also zum Beispiel. Ich weiß genau, dass du weißt, was mein Schema ist und deswegen, weißt du, das passt. Das ist schon okay. Ich setz mich da in das Nest, auch gerne rein. Da ist doch was. Das ist doch dein Spiel. Sowas musst du zocken. Der Dread Templar. Dread Templar. also wie Judge Dread, Dread und Templar. Nein, ich hab eben nur Ballerei und Blut gesehen und lacht an dich. Da muss ich auch mal reingucken. Nee, das eine fand ich immer ganz lustig, irgendwas mit Spell oder so, wo das so ein bisschen Zeitlupe ähnlich ist, freaky. die Krufe macht. Da gibt es doch keine Demo. Das wurde jetzt auf der E3 jetzt was zugestellt. das war E3, ja, ja, ja. So schnell schießen die Preußen auch nicht. Dread Templar. Ja. Hab ich jetzt so gerade gesehen. Oh Gott, das sieht ja aus wie Quake oder sowas, ne? Ja, ja, ja. Ja. So, Shooter. Aber da gibt's, da gibt's einen guten Ableger von, diese mit der Metal-Musik. Ja, genau. Das, das ist auf jeden Fall. Dread Templar. Ja, weiß ich nicht, das ist auch nicht so meins. Weil's nicht so aussieht. Ne, ne, von der Art. Du magst kein Doom oder kein Quake-artiges Spiel? Ne, ne, mochte ich noch nie. Das, dieses stupide Ballern, grafisch ist ja nicht mal so schlimm, weil es eher mich an Wellheim erinnert tatsächlich. Mhm. Aber, naja. Captain of Industry wäre doch was für dich, oder? Hast du auch Faktorio auch gemocht. Captain of Industry? Mhm. Ah ne, gibt's noch keine, ist nicht mehr, keine Demo. Aber ja, das, da auf sowas hätte ich auch mal wieder Bock, ja. Auf jeden Fall. Das war ganz interessant. Das ist so wie After, äh, Aftermath. Wie war, wie ist eigentlich das geworden denn? Das hat sich super entwickelt, ja. Das ist ein bisschen Mining, geil. Das finde ich gut. Ja, genau, bei dem, bei dem, bei dem, ähm, Captain of Industry ist so, dass du halt auch die Ressourcen, also ein großes Ressourcenvorkommen abbauen musst. Und du musst du teilweise auch Land aufschütten, um an Ressourcen ranzukommen. Weißt du, also die, die Schrägen, damit die LKWs hochkommen, solche Sachen. Ja. Hier steht was von Early Access, aber ist nicht, ist noch nicht, oder was? Das ist für die Kickstarter-Backer, gibt's Early Access. Oder ich geb dir mal den, den E-Mail-Kontakt, kannst du mal anschreiben, für den Demo schicken. Ja, ansonsten, Dings war doch cool, haben wir doch gespielt, jetzt Gunfire Reborn, das ist ja schon älter, aber da gibt's ja keine aktuelle Demo. Das ist doch was für dich. Ja, das war ganz cool. Aber dann noch wieder nicht. Aber, naja, ich meine, da bist du, klar. Battlefield 4 mal wieder spielen? Ja, gerade im Kommen. Gerade im Kommen, wegen... Ja, hab ich gesehen. Viele, ne, schwenken gerade. Ja, die jetzt in unserem Dummstkreis sind, so Lost und Ranzrater und so weiter, die zocken halt. Ja, da werden ja regelmäßig Battlefield 4 wieder. Ich hab's mir gerne geguckt, weil das so ein, so ein, gerade bei den Leuten weiß ich, dass man was, was sich Gutes angucken kann und so weiter. Aber auch ein Lost stirbt am laufenden Band, ne? Also da, da muss man sich nichts vor machen. mach dir nur schon vor. Also da sind wirklich die Hardcore-Leute, die seit Jahren da drin hängen geblieben sind in diesem Spiel und das ist teilweise schwierig. Das ist... Bist du mit so einem Call of Duty besser bedient? Da machst du nämlich immer Ehrmann-Abschluss, finde ich. Na. Naja, also auf jeden Fall werde ich's jetzt wieder installieren. Wir müssen ja ein bisschen ballern, müssen wir ja schon noch in der Zwischenzeit. Bis Battlefield 5 kommt. Äh, nee, Quatsch, 5. Das heißt ja, wie heißt es? 2042. Der sechste Teil sozusagen. Ja, Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wie geht's mit dem Motorrad? Ach, gar nicht weiter, brauchst du gar nicht fragen. Okay. Ich erzähle das von mir aus dann schon, wenn's soweit ist. Nee, man, das ist, jetzt war so heiß, dann war wichtig, äh, also, stellenweise kommt es ja vor, dass, dass meine Frau samstags arbeiten muss und dann hab ich ja, das Kind quasi die ganze Zeit und, äh, dann ist es schwierig. Dann ist es schwierig. Dann wird's erwischt. So, und, äh, ja, dann kommt sie nach Hause, muss sie natürlich erstmal entspannen, also, oder vielleicht ein Stück weit und dann kann ich ja auch nicht ran und dann ist Sonntag und Sonntag ist mal schwierig mit Flex und, also will ich dir auch den Nachbarn nicht auf den Sack gehen. Ja, definitiv. Ach, Mensch, Schwester, aber ich hab jetzt noch eine Woche arbeiten und die krieg ich irgendwie auch rum und dann drei Wochen Urlaub. Das Problem ist natürlich, zwei Wochen davon hat mein Kind auch Urlaub. Also, Habst du keinen Urlaub? Dann hab ich keinen, er hat Urlaub, aber, Dann kannst du das sicher mal zu den Schwiegereltern bringen oder so, Den, ja, nee, sowas geht auch. Meine Frau arbeitet ja auch nicht jeden Tag in der Woche, sondern die hat ja so, also er hat ja eigentlich einen 30-Stunden-Vertrag und dann hat sie da auch schon mal frei in der Woche mal einen Tag. das wird schon klappen, wird schon klappen. Das klingt doch gut. Aber ansonsten, äh, ich stehe jetzt halt Dachbau an und die fangen jetzt, äh, diese Woche, Donnerstag, Freitag an, also selbst in meinem Urlaub hab ich auch noch die ganze Zeit, die ganze Zeit die Dachdecke haben im Haus. Moment, wie lange geht das noch mit dem Dach? Wie lange das noch gehen wird? Es wird, also es fängt ja jetzt erst an, richtig, und dann wird das, äh, er sagt so drei Wochen, also ich hoffe mal, er meint, zwei Tage und dann noch mal zwei Wochen und nicht drei Wochen insgesamt. Ja. Ui, dauert lang. Dauert lang, ja. Ist das so eine Aufsparendämmung oder so was? Was ist das? Äh, das ist ja gleich Dämmen. Die dämmen auch gleich, ja, aber das ist eigentlich, sind es riesen Dämmplatten, die da so reingelegt werden. Nein oder, also keine Aufsparen, okay. doch, also schon obendrauf, ne? Doch, ich hab ein Schindeldach, das sind so Betumschindel, direkt auf Holz genagelt, auf alte, wie ist das bei mir, alte, äh, DDR-Bahnwaggons sind. Daraus besteht mein Dach. Okay. Das hat man früher so gemacht und hier war nebenan die Bahnstrecke. Da hat man gesagt, hier, da steht noch einer rum, das ist die beste Holz, weil mit Chemie getränkt ohne Ende, das wird niemals verfaulen. Ja, okay. Aber die Dämmung, darum geht es ja, ob man die zwischen die Sparren legt oder auf die Sparren. Also das heißt, dass du die, nicht nur die Zwischenräume zwischen den Sparren dämmst, sondern halt auch das komplette Dach einpackst, sozusagen. Das war meine Frage. Ja, das kannst du nur von innen. Das ist in meinem Fall. Du kannst jetzt nicht, ähm, das ist zu teuer auf jeden Fall, ja. Ja. Weil da wird ja komplett alles abgetragen und dann packst du die Sparren eigentlich noch ein, weißt du? Also die, ne, die Beplankung, also die, 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 die Dachdäcker kommen, nehmen von meinem Haus nichts drunter, sondern knallen da direkt. die neuen, äh, die neuen Bahnen, also diese, diese Querslatten hin. Mhm. Dann wird, äh, gedämmt und dann kommt die nächste Lattung und darauf kommen dann die Ziegel. Auf die, also praktisch ist das alte Dach abgedeckt? Nee. Das bleibt wie das. Ja, ja, es wird zugedeckt, das alte Dach. Es wird zugedeckt, ja. Ja, genau. Und dann kommt auf das alte Dach die Dämmung und auf die Dämmung neue Ziegelschicht. Genau. Krass. Ja. Also hast du ein Doppeldach sozusagen? Ich hab den quasi, ja, genau. Wenn du so willst, hab ich ein Doppeldach, ja. Okay. Also lohnt halt nicht, die Dinger runterzukratzen, weil sie ja eh nur... Dann hast du in dem Sinne schon eine Aufbauersprachandämmung, weil du nicht nur die Dämmung zwischen den Balken liegen hast, sondern flächig auf dem alten Dach. Ja, dann ist es umso effektiver, ja. Jetzt bin ich auch kein Dachdecker, jetzt kann auch sein, dass da vorher noch eine Vorliege liegt und dann erst... Ja, eine Dampfsperre wird mit Sicherheit dazwischen liegen, weil sonst hast du irgendwo ja, dann mockert dir das Dach weg. Ja, klar. So, das kann sein, aber... Das ist hundertprozentig, ja. Das werden wir dann sehen. Irgendein Schutz wird noch kommen, dass es nicht da zwischen Feuchtigkeit großartig sammelt, da bin ich auch sicher. Ja, dann wird es auch so sein. Also gut, sparst du Energie, ne? Ja, absolut. Ich meine, aktuell ist jetzt so, dass wir durch diese dreifach verglasten Fenster schon ein bisschen auch merken, gerade im obersten Stock, also unterm Dach sozusagen, merken, es ist ein bisschen weniger als vorher, weil vorher bist du halt einfach da oben zerflossen und jetzt ist es schon ein bisschen weniger, es passt sich zumindest der Außentemperatur an und ist ein Grad drunter vielleicht. Und wenn jetzt das Dach draufkommt, wird es bestimmt schon ein paar Dach, da kam letztens jetzt Freitag, kam er rum, weil wir noch was besprechen wollten und er hat gesagt, ihr werdet euch so freuen, wenn das Ding fertig ist, kannst du dir nicht vorstellen. Oder da setze ich jetzt einfach auch meine Hoffnung rein, in genau diese Aussage, weißt du so. Ja, klar. In die Kühltasche, ne? Bleibt in die Kühltasche. Ja, also das... So cool, ja. Ich meine, das macht ja auch Sinn, sowas zu investieren. Warum willst du denn da unnötig Energie parallel noch rausballern? Gar nicht, ja, genau. Ich meine, wir machen das, weil da das halt anfing, zu... und dicht zu werden. Das Dach, natürlich kann man das flicken. Das sieht einerseits scheiße aus, andererseits, wann kommt das nächste? Also es ist halt auch 30 Jahre alt und das sind halt so Bitum-Schindeln. Kannst dir vorstellen, in der Terie tränkt das Pappe mit Steine drin, so im Endeffekt. Ja, Bitum sagt man, ja, klar. Ja, genau. Und, und... Äh... Das Gute ist, die bleiben drauf, dann muss ich die nicht entsorgen. Das ist nämlich das nächste. Also die sind halt sehr teuer in der Entsorgung. Und den Wald willst du ja sowas nicht schmeißen. Meistens. Naja, gut, Brandenburg. Alles Amalgan. Halt noch nie Krebs. Ja. Ähm... Ne, von daher, passt schon. Das ist doch cool. Ich hoffe, dass das halt auch irgendwie klappt mit Kind und Dachdecker und Urlaub und irgendwie weißt du, dass das irgendwie von Stadten geht ohne größere Dinge. Rück die Daumen, dass das alles fertig wird. Aber ich meine, da hast du ja erstmal Ruhe. Elektrik ist soweit in Ordnung bei euch im Haus? Ist ja auch noch so ein Thema. Es ist soweit in Ordnung. Ich... Es ist halt noch alt. Ja. Na gut, finde ich... Man macht da jetzt auch eigentlich nichts, außer du hast einen Totalausfall oder sowas. Wird zwar gerne da irgendwann mal... Wahrscheinlich werde ich auch investieren müssen oder so. Irgendwann haben wir wahrscheinlich ohne Stromleitung Strom nur noch über Induktion oder so. Weißt du? Ja, kommt vielleicht. Wireless Strom. Könnte sein. Ja. Ich bin letztens mit einem C4 gefahren, also einem Citroën C4. Da sehe ich halt dieses Fach unterm Radio oder unter dem Bedienteil, wo du dein Handy reinlegen kannst. ich dachte, geil, das finde ich richtig geil. Ja. Und es funktioniert halt instant, ne? So. Ja, wenn du überlegst, wie viele Autos früher irgendwelche Spezialhaltungen brauchten. Gut, da gab es ja aber auch nur zwei, drei aktuelle Geräte, die man im Auto so hatte. Aber weißt du, für jedes Handy brauchst du einen eigenen Halter. Also da gab es nicht so was wie ja, ja, genau. Auflegen oder ein universeller Stecker oder solche Sachen. Nee, 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 genau. Jeder hatte sein und bla, bla, bla. Und das. Dann weiß ich noch, und viele haben die, die, das alte Handy als Zweitkarte drin gelassen, weil sie keinen Bock hatten für teures Geld bei Mercedes oder BMW oder wo auch immer die Originalhalterung zu kaufen, weißt du, weil du dann irgendwie so exorbitante Summen los bist. Ja. Und die haben wir jetzt so heutzutage auch. Ich glaube, bei den meisten Fahrzeugen kannst du ja dein Handy in die Mittelkonsole legen, in die Armlehne. Und die werden dann geladen. Also, keine Ahnung, sowas habe ich nicht im Auto. Aber ich habe auch nicht das Bedürfnis, mein Handy unterwegs zu laden. Das ist ja heutzutage, hält das ja eigentlich einen Tag. Ja, nee, ich habe im Auto eigentlich auch gar nichts mehr, tatsächlich. Ja, bis auf halt ein USB-Kabel, einfach, also sowas, aber nicht. Ja, nicht mal das leider. Das ist, na gut, aber das. Ja, gut, aber da kannst du ja Zigaretten natürlich noch reinballern. Ich habe einen Adapter und einen vom Werk aus, weil du da irgendwie dieses, wie heißt das nochmal? CarPlay verwenden kannst. Aber nur mit Kabel. Und wie ungelenk ist es, das Handy aus der Hosentasche zu friemeln und das Gabel anzuschließen und am besten noch einen Halter zu machen. Also, ich bin ja keine Stunden lang im Außendienst unterwegs, wo es noch irgendwie Sinn machen würde, weißt du, so ein System. Und bei modernen Autos, da gibt es ja Wireless CarPlay, weißt du, da muss ja gar nichts machen. Du kriegst komplett das Handy gespiegelt aufs Autoradio. Das ist echt schon krass, wie die Stimme das entwickelt hat. Das ist schon cool. Und selbst, dass sogar iPhone das hinkriegt, finde ich gut. Weißt du, normalerweise sind die ja mit Kompatibilität und sowas, da sind die ja immer irgendwie schwierig. Auch bei CarPlay sind die schon immer am Start. Okay. Also, das ist schon lange. Aber halt mit Kabel, sowas finde ich unmodern. Deswegen habe ich es nie Ja, ja, nur mit Kabel, ja, stimmt. Also, es gibt es jetzt, glaube ich, seit ein, zwei Jahren gibt es schon Schnurrloses oder Schnurrloses, also ganz normal über Bluetooth gekoppelt geht das schon. Aber das muss das Steuergerät im Auto können und man weiß, also weiß man nicht unbedingt, aber wenn Autos, ist ja oft die Technik relativ veraltet, egal wie modern das Auto ist. Ja. Weil die sich halt nicht leisten, dass sie jedes Jahr was Neues entwickeln. Und deswegen sind die meisten, ein VAG-Empfänger ist ja, ich glaube, die haben jetzt schon entdeckt, dass es WLAN gibt oder so. Nee, aber die sind halt meistens etwas unmodern. Boah, wie sind wir darauf jetzt gekommen? Wir kamen vom, ähm, vom Dach zum Strom und von Strom zu neuem Strom und zu Induktion im Auto. Ja, ja. Gott, Gott, Gott. Ja, Kreise drehen, ne? Ich habe zum Schluss noch eine gute Nachricht für uns, also für mich auch. Wir haben bald die Möglichkeit, hier im Haus die Kellerwohnung noch anzumieten. Stimmt, das haben wir im Podcast noch gar nicht erwähnt, sollten wir aber machen, ja. Das ist richtig gut. Ich freue mich tierisch, jetzt am Freitag habe ich hier Treppenhaus gerade gewischt, mal Hausordnung und kommt der Hauswart runter und sagt, ey, gute Nachrichten und im Keller, die ziehen aus, ihr könnt einziehen. Und das ist auch zweierlei gut, weil erstmal Wohnung billiger als unsere Wohnung, weißt du? Also wir wollen das nicht tauschen, sondern zusätzlich mieten. Und das ist Kellerwohnung, ist natürlich ideal, wenn man jetzt gerade hier sich einen abschwitzt, weißt du, die Woche ist man natürlich dankbar, dass man nächstes Jahr dann einfach in den Keller geht und es relativ kühl hat. Ja. Das ist ein Träumchen, ja, das ist einfach gerade für mich, der doch auch in diesen Temperaturen gerne am Rechner sitzen mag, ein riesen, riesen Vorteil. Und wir sind jetzt ungefähr, so immer summarum, sind wir bei dem Preis, den wir auch für eine Mietwohnung uns schon rausgesucht hatten, bei vielen Annehmlichkeiten, wie nicht umziehen müssen, großartig. Also klar müssen wir unten Teile runterziehen, aber wenn du die Wohnung praktisch in der Stufe runter hast, kannst du ja alles Stück für Stück machen. Ja, weißt du, das ist ja das, also ich meine, ich kenne nicht viele, die sowas machen, die zwei Wohnungen in einem Haus mieten. Tatsächlich, ich kenne gar keinen außer dich, so Punkt nicht. Ich kenne nicht viele, sondern gar keinen. Was für ein Quatsch. Was für eine Aussage auch. Ja, und ich stelle mir das richtig cool vor irgendwie. Ja. Und vor allen Dingen ist es natürlich auch viel einfacher und du hast jetzt keinen Umzug vor dir, weißt du, der super stressig ist und Geld kostet, aber vor allen Dingen stressig ist und die Sachen schleppen und was weg und was nicht weg und passt das alles rein, bla bla bla. Nee, du nimmst deine Wohnung packst sozusagen, nimmst die Hälfte raus, packst du es in die nächste unten rein, noch ein bisschen Schnubibubu, was auch immer und dann. Ja, also Renovierungsarbeiten sind schon, das wird schon ein bisschen kosten, aber das hatten wir vorher auch. Ich meine, weißt du ja nicht, hast du doch denn auch, wenn du jetzt, sag mal, eine neue Bude holst. Das hast du so oder so. Dann musst du die alte Bude wieder einmal überstreichen, dann entdeckst du irgendwelche Fehler in den Wänden. Ich werde vor allen Dingen, den Fehler haben wir je gemacht, wir haben die renoviert übernommen, als wir eingezogen sind und da ist halt billiges Laminat drin, was halt super schnell aufgequollen ist, wenn du irgendwo ein bisschen Wasser länger gestanden hast, also was aber irgendwie die Karte der Fressnapf ausgeplätschert war, also Wasser drin ist und dann hast du auf einmal vor die Beule oder im Flurbereich, wo du Schuhe hingestellt hast, weil sie dann doch nicht trocken genug waren und wir werden es jetzt richtig machen. Also wenn wir da einziehen, habe ich schon gesagt, wir haben ja absolut stressfrei, bis auf, dass wir die Miete ungenutzt zahlen würden, wenn wir dort renovieren in der Zeit. und ich werde es jetzt so machen, ich werde mir eine Firma holen, also ich werde mir Angebote holen, weißt du, wo es Preis-Leistungs-Technik passt und will jemand haben, der weiß oder hat Farbe an die Wände bringt plus Click-PVC, habe ich vor. Das kann man zum Chat, das wäre halt die ideale Lösung, weil das ist eigentlich wie Laminat, nur ist es aus PVC, kann nicht aufquellen. oder heißt das Vinyl, Click-Vinyl? Vinyl. Click-Vinyl haben wir ja auch. Click-Vinyl, genau. Ja, das Beste. Sieht halt gemütlich aus, du hast was Rustikales, was nicht so wie Fliesen ist, also nicht so kalt und hart, was ja dann noch wegplatzen kann, wenn irgendwas runterfällt. Das ist ein bisschen standhafter als ein Laminat, also weißt du, so robuster und du kriegst viel geilere Muster auch noch. Okay. Weil es ja eigentlich nur ein Foto ist. Ja, verstehe. Ja, auf jeden Fall, da will ich mal fragen, was sowas kostet, wenn die das legen würden, weisen und mal gucken. Ja, das will ich komplett machen lassen, bevor wir halt einziehen. Das sollen so möglichst, also auf jeden Fall die beiden Haupträume und da habe ich ja keinen Bock mehr. Es kostet mich einfach viel zu viel Zeit und Nerven, wenn ich das selber mache. Das habe ich jetzt am Schlafzimmer gemerkt. Da ist man einfach zu langsam, zu, und am Ende ist man dann auch nicht so gut wie jemand, der das schon jahrelang macht. Ja, stimmt. Deswegen hoffe ich, dass wir da irgendjemanden finden, wenn der das für eine Überbrauch hat. Da gibt es ja. Und dann vielleicht drüber nachdenken, sage ich jetzt mal, was ist mit Steckdosen, dass du jetzt schon mal kurz drüber nachdenkst, wo wird dein Schreibtisch stehen, wo wird ihr Schreibtisch stehen oder sowas, dass du dir gleich Steckdosenleisten vielleicht so hinballerst, dass die nicht auf dem Boden sind, dass die nicht auf dem Boden sind oder sowas. Du meinst, sind die Wände neue Steckdosen, weil das würde ja Schlitzeklopp bedeuten, also habe ich jetzt irgendwie auch nicht. Ne, so Aufsatzsteckdosen von mir. Achso, na gut, das können wir ja planen, mal gucken. Je nachdem, was das kostet. Ja, wir haben auf jeden Fall, also wir haben jetzt ja auch bei uns hier an dem PC oder wo die Frau ihre Näharbeiten macht, auch so hochwertige, in so einem Alukörper, weißt du, so Steckdosen, die einen breiten Abstand haben, wo du auch ein Netzteil mal quer drehen kannst. Ja. Und das ist schon praktisch, weil es gibt nichts Schlimmes als beschissene Steckdosen, wo das nächste Netzteil wieder nicht reinpasst. Ich glaube, das ist ja, hat ja jeder Schmerz mit, weißt du, der einen PC anschließt oder wo ein bisschen mehr Stecker rein müssen. Ja. Ja, das sind so viele Kleinigkeiten, die da zusammenkommen. Erstmal ist jetzt primär Wände ordentlich machen, Boden richtig machen, aber komplette Wohnung. Dann noch ein bisschen Möbel kaufen, dann haben wir schon mal einen riesen Batzen Geld, der da erstmal rein muss. Mietkosten mehr ist, wie gesagt, hier, als würde man umziehen. Also würde man eine größere Wohnung ziehen und im Endeffekt haben wir mehr Platz. Und das Stressfreie halt auch im selben Haus umzuziehen, wie du schon sagst. Das ist ein Riesenvorteil, weil da kann man alles Stück für Stück machen. Und das Schöne ist aber jetzt auch, und das kennt wahrscheinlich jeder, der irgendwie Homeoffice macht oder halt generell von zu Hause arbeitet. Du trennst jetzt Arbeit und privat. Das ist eine Sache, die man nicht unterschätzen darf. Absolut, ja. Weil dann auch alles, hab ich auch zur Frau gesagt, alles ist raus aus der Wohnung, was mit Basteln oder Dings zu tun hat, sondern es ist wirklich rein dieses Wohnzimmer, wo man sich einen Film in Ruhe anguckt. Und mehr passiert in diesem Raum auch nicht, weißt du? Oder dann liegt maximal noch die Kater im Kratzbaum. Und das finde ich schon geil, weil jetzt ist halt komplett Homeoffice, weißt du, überall verteilt. Und die Frau kann ihren ganzen Nähkram unterbringen. Das ist schon echt gut. Also, ja. Wir planen jetzt auch und ich werde dann am Anfang auch nicht alles selber machen und dann lieber auch ein bisschen Geld investieren, weil im Nachgang bereust du es, nur wenn du es nicht richtig machst, wenn die Räume immer leer sind. Und wir haben die Möglichkeit, das ist auch so ein Riesenthema, unser Bad ist ja seit Jahren uralt, weil es mit rosa Fliesen und alte, also müsste alles runter und raus. und das wollten wir schon immer neu machen, nur wenn du keinen Ausgleich hast, weißt du, ist das halt scheiße. Und jetzt, wenn das dann endlich das Jahr so weit ist, wenn wir dann hoffentlich umgezogen sind, hat man auch mal die Möglichkeit zu sagen, man macht mal das Bad oder lässt das Bad neu machen hier, weißt du, dann kann man mit den Katern komplett runterziehen und macht die anderen Ja, du kannst dem entfliehen so ein bisschen. Ja, kannst du dem Krach und gut, dem Krach nicht, weil man im selben Haus ist, aber zumindest diesen Sachen und dann kann man die Leute da werkeln lassen, dann ist das Bad irgendwann wieder hübsch. Das ist auch so ein Wunsch von uns schon lange gewesen, nur halt Mangelsausweich und oft Stress für die Kater. Das macht auch nicht der Vermieter, ne, also der lässt das sein, der würde sich beteiligen. Der würde sich schon beteiligen, ja, aber das ist dann meistens so als Material oder so ein Kram und ja, ich meine, teuer ist ja im Endeffekt die Arbeitszeit. Das ist ja eigentlich das, was immer teurer ist bei sowas, also, ja. Aber ich muss halt auch sagen, dass ich überhaupt keinen, ah, habe ich nichts, also Rad renovieren sowieso nicht und ich will auch nicht, dass das irgendwie ein Kumpel vom Kumpel macht, weißt du, sondern ich will halt, ich will jemanden anschnauzen können, wenn es nicht funktioniert, weißt du, also ich brauche dann einen validen Ansprechpartner und ich sage, ah, ist ja der Kumpel, der kann es ja auch nicht so, weißt du, war ja unter der Hand, bla bla bla. Nee. Nee, kann ich auch, nee, 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 deswegen habe ich auch, das, also Dach hätte jetzt auch, oder Fenster hätten wir jetzt auch selber machen können, äh, klingt blöd. Mhm. Natürlich hätte man, äh, viel Skill, äh, sich woanders abgucken müssen oder so, mhm. Aber, ich wollte halt auch eine Garantie, ich wollte, wenn was schief geht, dass jemand schuld ist und nicht ich. Genau. Ähm, und dann, ähm, und ich wollte es nicht machen, also, im Sinne, ich, ich wäre immer noch nicht fertig mit den Fenstern. Ja, Fenster ist auch eine Ausnahme, also, finde ich jetzt was anderes, als eine Wand zu weisen, also, das ist ja schon massiver Umbau und da musst du ja auch das kennen, statisch, bla bla bla. Ähm, aber selbst, also, wir haben es ja gemerkt im Schlafzimmer, als die komplette Tapete runter, dann ausgleichen und das ist dort ziemlich gut geworden. Nee, und, ja, genau, und diese ganze Arbeit. Und da ist ja auch so, da gibt es ja Kniffe, die, 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 die hat halt einen, äh, ein Profi drauf, ne? Ja, genau. Der, der weiß, wie er das jetzt da einzuspachteln hat, damit da was wird. Mal gucken, das gehen wir alles an, wenn wir wissen, wann wir konkret in die Wohnung können, dann machen wir das alles und dann, äh, also, nächsten Sommer dann aus dem Keller, freue ich mich schon drauf und endlich Platz. Also, wirklich, das ist, das ist der größte Luxus für mich, Platz zu haben, weil, Platz, ne? Wir haben jetzt nochmal auf den Mietvertrag geguckt, wir haben irgendwas um die, 60 Quadratmeter Wohnung, bloß nochmal 5 Volkom oder so ein Kram, das ist nicht viel Platz für das, was wir machen, also die, was wir an, an Fläche brauchen und ich freue mich einfach schon tierisch drauf und ich werde, ähm, dann auch wahrscheinlich, ähm, eine Couch mit runternehmen, die wird's, wir wollten eh eine neue fürs Wohnzimmer schon holen und die wird dann auch da reinkommen, dann kann ich nämlich zum Beispiel auch, was ich vorhabe, mal einen Stream machen von der Couch, weißt du? Also, auf die Couch flacken und davon streamen, ganz gechillt, ähm, um mal ein paar Konsolenspiele zu zocken oder so ein Kram, ja. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass man diese Trennung hat, wie du schon sagst, ähm, und das halt alles entzerrt wird, weil das ist im Moment, ist unsere Bude halt wirklich gestoppt, ist nicht gut. Ja, ein, ein, ein Luxus, den ich, wo ich mich drauf freue, den zu gönnen, weißt du, Platz zu haben, das ist halt, im Moment sind halt Mietpreise kackenteuer, haben wir schon oft gehabt, das Thema, und, äh, das ist jetzt echt die ideale Lösung, finde ich. Und von, haben wir noch Optionen zu sagen, äh, nee, wir haben entweder weniger Geld oder wir brauchen weniger Platz, das können ja zwei Gründe sein, und man hat dann, ähm, gut, man könnte dann sagen, man gibt die wieder ab, ne, so. Genau, oder, was auch eine Option, meine Eltern werden nicht jünger, weißt du, dass man, wenn man sich um einen Mann kümmern muss, einen Elternteil, dass man eventuell denjenigen dann, dann in die Wohnung und so weiter, hat man eine separate Wohnung, wo man sich aus dem Weg gehen kann, ist aber am, am Start, und solche Sachen, das kann ja durchaus passieren, auch wenn wir jetzt aktuell nicht mit rechnen, ähm, aber so hast du eine, eine Möglichkeit, und, ähm, ja, ich freue mich, also Platz zu haben, dieses auch, wie du sagst, das aus den Augen, aus dem Sinn zu haben, aus dem, aus dem täglichen Leben, äh, den Homeoffice-Arbeitsplatz, oder den, ich meine, du wirst ja doch den Office, also du wirst ja doch den Arbeiten gehen da, ne, genau, also mein, wenn ich weiter im Homeoffice bin, was jetzt übersichtlich lang gedauern wird, je nachdem, wie der ganze Kram sich jetzt hier entwickelt, ja, natürlich der Homeoffice, und halt auch wie jetzt, äh, das Streamen, und das ist für mich jetzt keine Arbeit, das ist ja eher Freizeit, aber, äh, das so ein bisschen zu trennen, und sich dann in Ruhe auf den, die Couchabend zu setzen, und, und, und so auch davon getrennt zu sein, weißt du, nicht so, ach, ich spring jetzt nochmal schnell rüber am PC, oder so ein Kram. Ja, genau, das, das wird auch, das wird auch dir gut tun, klingt irgendwie schwierig, aber, so ist so, glaube ich, ich freue mich drauf, mal gucken, wenn, mit viel Glück, äh, sind wir da so Ende September, na, dann unten, und das werden wir ganz ruhig angehen, und, mal gucken, ich bin gespannt, ja, cool, also das war, waren so die Neuigkeiten für mich die Woche, das war wirklich, mit der Wohnung, das war schon, seit, wir gucken ja schon seit zwei, drei Jahren immer mal wieder, und ich glaube, das ist ein, das ist ein Riesengeschenk, wenn du viel Platz hast, weißt du, wahrscheinlich gibt es auch für dich ja ein Erlebnis mit dem Haus jetzt, da hast du ja wahrscheinlich auch mehr Platz als vorher, in der Mietung. Ja, das ist, äh, es ist, es ist unfassbar gut. Schon Luxus. Ja, klingt komisch, ist aber so, ja. Ja, im Endeffekt alles Luxusprobleme, die wir uns hier unterhalten, über Platz, Hauptsache wir sind gesund, ich hoffe ihr auch da draußen, ähm, ich würde sagen, wir kommen mal zu unserem YouTube-Verlauf, haben wir letztes Mal gar nicht gemacht, ne, weil wir das Best-Of, äh, so ein bisschen am Ende durchgehustelt haben, auch nochmal vielen Dank für die positiven Kommentare, die da gekommen sind, auf die letzte Folge, freut uns natürlich sehr, wenn man, wenn man immer mal liest, wo und wann jemand, äh, unsere, unseren Podcast hört, muss ich sagen, fand ich cool. Ja. Ja, von meiner Seite natürlich auch sehr wohl klar. Mensch. Hast du was? Verlauf. Ja. Da muss ich gucken, soll ich? Was? Habst du verarscht? Ich kann aber heute ein Video sehen, ja, ähm, von einem Kollegen, der heißt Breaking Lab, und der erklärt der seltenste Metalle oder seltenste Elemente der Welt und seltene Erden. Die in Handys und so verbaut sind, ja. Genau, genau. Und dass seltene Erden gar nicht so selten sind, nur halt schwer zu, zu bekommen und, äh, unfassbar viel, äh, Umweltverschmutzung hinterlassen und so ein Kram. Mhm. Junger Typ hat irgendwie in einem Jahr 100, 270.000, äh, Abonnenten mehr gemacht, der hatte, vor einem Jahr hatte er ja noch 100, das sieht man in dem Video witzigerweise. Okay, krass. Äh, Breaking Lab. Cool, deutsch, äh, Punkt. Und, und zeigt so ein bisschen auf, was da, ja, ja, was sind, was sind die Erden, mhm, äh, wo kommen die überhaupt her, was ist das seltenste, äh, und so. Und dann kommst du halt von eins und andere und das ist, äh, ich glaub ein Zwölf-Minuten-Video, nicht mal doll. Mhm. Richtig gut gemacht. Richtig gut gemacht. Weggucken sozusagen. Lässt sich weggucken. Mhm. Er hat auch, er hat eine coole Stimme, er wird so sein, 21, 22. Okay. Seine Stimme ist so ein bisschen tiefer, also, naja, egal, ich, beschreib die jetzt nicht, weil jeder denkt das irgendwie anders, aber er macht's hervorragend, hervorragend. Cool. So. Jetzt hab ich auch mal in der Teilnahme gesehen, ich hab aber, das war ich nicht so, das ist ja immer, wenn man so viel abonniert hat, dann ist ja auch so vieles, wo man drüber wegscrollt und dann irgendwie. ja, ja. Das geht mir ja auch so mit deinen Vorschlägen, die hab ich ja auch ganz oft drin. Ja. Und da denk ich mir, hättest du mal geguckt? Ich hab Anfang der Woche ganz viel halt E3-Trailer geguckt, weil halt viel Neues angekündigt worden ist an Spielen, unter anderem Icarus von Dean Hall, also der Macher von der DayZ-Mod, die haben ja ein eigenes Entwicklerstudio und da kam unter anderem Icarus, das ist ja so ein Survival-Spiel auf der Erde, da hab ich mir angeguckt, ob ich den mal mit reinnehme, der sagt aber so wenig aus, das immer, aber kam nicht am, an dem Montag auch der Battlefield-Trailer? Wann wurde der gezeigt? Der wurde am Sonntag gezeigt, Ach, den haben wir noch gesehen vor der letzten Folge, genau. Der war Donnerstag, wurde der gezeigt. Nee, am Sonntag kam das Gameplay. Ja, der, Gameplay haben wir ja noch. Genau, den haben wir dann ja noch vor der letzten Podcast-Aufnahme haben wir den ja gesehen, ne? Ja. Ja. Richtig. Ich hab ein Video geguckt, mitten unter der Woche, und zwar Quantum Tech, das ist, glaub ich, so die, die Coven auch viel, was andere schon rausgebracht haben, so ist, glaub ich, so eine Content-Maschinerie irgendwie. Und zwar, so ein Typ, der baut sich eine Wohnung in einen Stein oder in einen Berg. Das ist schon relativ lange verfügbar, das Video hat, glaub ich, schon 22 Millionen Aufrufe. Und, äh, fand ich ganz spannend. Und zwar bohrt er in den Berg mit solchen, wo man solche Kerndurchbohrungen macht, weißt du, wo man einen Umluft, ne, wie sagt man, Abluft von einem Herr zum Beispiel reinmachen würde. Ja. Ähm, solche Dinger, da bohrt er erstmal vor und dann stemmt er das da so langsam raus. Äh, fand ich total spannend. Dieser Mann gräbt eine Höhle in den Berg. Ich glaub, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob der Kanal, also das ist nicht der Original-Kanal von dem, der das macht, aber das hat das im Zeitraffer so ein bisschen zusammengefasst. Aber ich glaub, das ist einer von dieser Content-Click-Maschinerie. Ne. Egal, ich hab's mir da angeguckt, ähm, ja. In der Videobeschreibung ist der, glaub ich, oder ich hab nachgesucht. Äh, ja, ein Typ baut sich in eine Höhle eine Wohnung. Also, oder eine, eine, ja, Wohnung. Fand ich ganz cool. Fand ich ganz witzig, weil er dann halt teilweise auch den Felsen innen genutzt hat, um irgendwelche Ablagen zu machen und ein Regal zu bauen. Ah, geil. Solche Sachen und dann macht er eine Tür noch rein und, ja, und das geht alles wuschi, wuschi, wuschi und es hat wahrscheinlich viele Monate gedauert, das selber da irgendwie reinzuballern. Fand ich cool. Das guckt mir definitiv an. Ja. Ich hab nochmal Musik. Okay, cool. Yay. Und zwar mit Marty Fisher. Der? Unser aller Liebling. ist, äh, nebenbei Risse Schöhr bei einer YouTube-Show beziehungsweise bei einem Kanal, der heißt Make a Move. Der fängt quasi erst an. Ja. Er hat jetzt hier 6.000 Abonnenten. Super wenig. Oh, ja, sag mal. Den sollten wir auf jeden Fall mal rein. Und, äh, Make a Move ist schon die achte Folge scheinbar. Und, Dude, ich hab da wirklich nur eingeschickt wegen Marty Fischer und naja, klar, guck's dir das mal an. Mann sind das talentierte Menschen, die da arbeiten. Mhm. Und Mann bin ich schlecht in Musik, weißt du so. Oh Mann, sind die geil. Und dann haben die, die machen halt wirklich eine Show mit einem Intro, da wird ein bisschen hier Quatsch, dann, äh, gibt's den nächsten Act, so, und in dem Fall, äh, eine, äh, eine Frau, die, die so ein, so eine Loopstation bedient und so ein Klassiker covert, in Anführungsstrichen, ey, und Mann, 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 danach kommt der nächste Song von Marty Fischer und dieser Band. Ich dreh's durch. Und alles, ne, top notch. Ja, wir hatten ja, damals gab's doch mal dieses, oh, wie hieß das denn, wo man mit dieser Frau zusammen immer eingeladen hat. Ja, diese Show. Bongo Boulevard oder so. Ja, Bongo Boulevard, Das war ja genau so eine Qualitätsstufe. Das ist echt schade, dass wir das aufgegeben haben. Vielleicht ist es ja da wieder die, der, das, äh, eine Alternative dazu. Bin ich gespannt. Guck ich mir auf jeden Fall an. Können wir uns gleich, wenn wir Upload machen und so weiter. Ja. Cool. Ähm, ich hab zum Abschluss ein Video, da hab ich mal den ersten Teil geteilt. Äh, total faszinierend. Ein junger Mann, ähm, der, ähm, Minecraft-Gebäude und Gebiete umbaut und der hat ja das erste Video rausgehauen, da haben wir uns ja damals unterhalten, dass er irgendwie sagte, er wollte 80.000 Likes und hat eine halbe Million schon gehabt. Ähm, der hat jetzt am, vor drei Tagen seinen neuesten, also den zweiten Teil dieses, dieses Umbauvideos rausgehauen. Als ich guckte, waren es zwei Millionen, das Video. Und, ähm, er ist mittlerweile bei knapp drei Millionen aufgerufen und, äh, eine halbe, eine halbe Million Daumen nach oben. Oha. Und nur 1700 unten ist beneinswerte Statistiken. Und 1700 unten bei einer halben Million oben? Das ist doch ein Fake. Das ist doch Bots. Also, unfassbare Design-Skills und, und, äh, auch nicht nur die, die zu bauen und dann vielleicht so ein, so ein Let's Show zu machen, um da rumzufliegen und das zu zeigen, sondern, ähm, so. Sondern auch die, die Produktionsart, wie er rumfliegt, also, da läuft wie so eine automatische Kamera, die in, diese Fast Forward, diese, dieses Time, wie ist das, Timelapse, äh, aufs Beste mit dir zeigt und unfassbares Talent. Also, was der, die, die Pyramide aus dem Video musst du dir angucken, der hat so eine Pyramide designt mit einem riesigen Schädel davor, der den Eingang in diese Pyramide ist. Ja. Oh mein Gott, sieht das gut aus. Also, auch wenn es Minecraft-Klötzchen sind, ähm, da, unfassbar. Also, ich, es wirkt sich davor und, also, ich hab schon viele gute Bauten gesehen und die sehen alle daneben aus wie, wie vierge Klötze, die ich immer baue, weißt du? Also, was wird dieses praktische Survival aus? Wir wenden ein Dach und das war's. Ja. Das ist schon übel, wie, was manche drauf haben in, mit so einen Mitteln. Ja, es gibt anscheinend, es gibt, oder weiß ich, dass es für Minecraft Bautools gibt, wo du wirklich Teile rauskopieren und, weißt du, Copy-Paste machen kannst und so. Da kannst du zum Beispiel, du hast eine Säule, ein, 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 eine Sphinx geil designt und die kannst du halt dann kopieren und spiegeln und auf die andere Seite setzen und so. Oder, äh, hast du zum Beispiel ein super Dach gebaut und merkst, das Ding muss höher werden, dann schneidest du das praktisch auf, ziehst nach oben und baust dazwischen und solche Sachen. Also, da gibt's in Minecraft, da da ja keine Schwerkraft herrscht, ähm, außer bei Wasser und Sand, ähm, gibt's da entsprechende Möglichkeiten, das umzusetzen. Ja, er setzt ja immer die Sachen, äh, er benutzt die Map, nee, wie soll ich jetzt sagen, er setzt neben dem, wo er, wo er was hinbauen will, will, auf eine Platte, ne, die Sachen, die er benutzt, ausschneidet und wieder einfügt und dann auch noch verändert und so, ne. Ja. Also, es ist wie so ein, wie so eine Mischtabelle, so ein Mischbrett bei einem Zeichen. von Maler, die Farbenpalette, weißt du, so wurde das erstmal designed und hat auch oft, ist es halt so, dass er auf dieser Karte die Vanillagebäude, die dort vanillatechnisch sitzen, als Maßstab nimmt und die halt umbaut und, keine Ahnung, ein Riesenkünstler für mich und sieht geil aus und die Welt wird irgendwann spielbar sein. Mann, werde ich das Ding spielen, aber sowas von richtig cool mit Geheimnissen entdecken und, und, boah, cool, weiß ich nicht, fasziniert mich. Wir sind bei 1 Stunde 30 Minuten, wir haben heute länger als seit langem die Folge gemacht, weil ich so lange über die Wohnung und die Xbox gesprochen habe. Ja, ist ja nicht schlimm. Ja, das mit der Wohnung war schon ein Highlight. Dafür haben wir beim letzten Mal den Fall auf vergessen oder, oder nicht gemacht. Den Videotipp sozusagen, ja. Es ist heiß, es wird jetzt die Woche ein bisschen kühler, wie schön, ich freue mich drauf, ein bisschen bei angenehmen Temperaturen also wenn ihr hier am Stuhl festklebt, wo man dann doch mal am Rechner sitzt, mache ich ja selten. Ich hoffe, ihr bleibt nach wie vor gesund. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dieser Folge. Wenn ihr Bock habt, kommentiert doch einfach mal auf YouTube oder wenn ihr Zeit und Lust habt, auch eine Rezension auf iTunes ist immer wieder hilfreich. Auf jeden Fall, jegliches Feedback in jeglicher Form freut uns immer wieder zu lesen und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank für Zuhören, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank für all die schönen Kommentare zu in der letzten Folge. Zwei Jahre, es ist toll und wenn ich es noch öfter sage, dann glaube ich es auch selber. Ich wünsche euch alle Gute, ich winke. und wenn ich es noch nichtiga. Untertitelung des ZDF, 2020